Die Energiekosten steigen und steigen. Ab April 2024 fällt der Energiekostendeckel in Deutschland weg. Die Menschen stellen sich die Frage, wie sollen sie ihre Häuser mit Wärme preisgünstig versorgen? Das wollen wir Ihnen heute sagen. Raus aus dem Gas. So geht es. Hier ist der Verband Energieerzeugende Gebäude. Diese beiden Männer im Studio, die müssen Sie sich merken. Niko Moltenhauer ist Direktor bei Oxnard Wärmepumpen. Er produziert die Wärmepumpen. Und Peter Burkhardt ist Solateur bei Sonnenplan. Er baut die ein. Sie brauchen nicht mehr als diese beiden Männer. Denn die Wärmepumpe, meine Damen und Herren, ist die Antwort auf die Frage, wie bekomme ich das Gas aus dem Haus heraus? Wie bekomme ich meine Energiekosten in den Griff? Wärme ist der größte Teil der Energiekosten, die Sie insgesamt haben. Und das funktioniert am besten, indem Sie Eigenenergie produzieren für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Und da ist die Wärmepumpe das Mittel der ersten Wahl. Und ganz am Anfang, meine Damen und Herren, wir werden Ihnen Beispiele zeigen, wie das Ganze funktioniert und für welche Häuser das funktioniert, möchten wir mit einem Vorurteil aufräumen. Und das kann eigentlich der Hersteller Nico Moltenhauer von Oxnard Wärmepumpen nur selber machen. Es wird immer wieder gesagt, Wärmepumpen sind nur etwas für Neubauten und wenn Sie eine Fußbodenheizung haben. In meinem Kinofilm Leben ohne Energiekosten, der gerade erschienen ist, sage ich ganz deutlich und immer wieder, das ist falsch. Ich behaupte, Wärmepumpen gehen für alle Häuser aus den 30er Jahren, aus den 50er Jahren, aus den 70er Jahren, aus den Nuller Jahren und natürlich auch bei den Häusern, die jetzt neu gebaut werden. Das behaupte ich, Herr Moltenhauer, irre ich mich oder stimmt das? Das stimmt, absolut. Und dieser Hintergrund, warum Wärmepumpe nur mit Neubau und Fußbodenheizung, ist eigentlich falsch verstanden. Die Wärmepumpe ist der einzige Wärmeerzeuger, den es gibt, der mit geringem Temperaturhub, also von der Quelle, Luft zum Beispiel, Null Grad, auf die Vorlauftemperatur der Heizung, wenn diese geringer ist, eine höhere Effizienz bringt. Also ein Grad Reduktion in der Vorlauftemperatur macht das System Wärmepumpe ungefähr um 2,5 Prozent effektiver, effizienter. Und dass sich das denn über die Jahre dazu gebildet hat, dass man der Meinung ist, es ginge nur mit Wärmepumpe, ist ein großer Irrtum, ein fataler Fehler, weil Wärmepumpen funktionieren genauso auch mit 50 Grad oder 60 Grad, weil sie müssen ja auch Badewasser machen und 60 Grad sind 60 Grad. Also wenn ich ihn zwei Eimer bringe mit 60 Grad heißem Wasser gefüllt und sie sollen die Hand reinhalten und ich stelle die Frage, na, welcher Wärmeerzeuger war das denn? Dann ist es ihnen unmöglich, das herauszufinden, weil wie gesagt, 60 Grad heißes Wasser ist ein 60 Grad heißes Wasser. Es gibt da weder einen Qualitätsunterschied noch aus der Physik heraus, der Temperatur, Gefühlsunterschied. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt es, das Gerücht, Wärmepumpen sind nur etwas für Fußbodenheizung in modernen Häusern. Kann man sagen, nein, das ist effizienter als das andere mit den 2,5 Prozent, von denen Sie gerade gesprochen haben, aber gehen tut es für alle Häuser? Ja, der Hintergrund ist im Verbrennungsprozess. Also einer Gasthelme ist es völlig egal, ob sie mit 60 Grad einen Heizkörper bedienen oder mit 35 Grad eine Fußbodenheizung. Sie haben dadurch keinen Effizienzvorteil oder eine Einsparung im Gas, weil die Flamme ist immer gleich heiß und man könnte ganz salopp ausdrücken, dass von der Flammtemperatur bis zur Wassertemperatur im Boden oder an der Wand sind alles Verluste. Die Wärmepumpe macht immer nur das, was man braucht, aber sie kann da jegliche Temperatur erzeugen. Gerade wenn wir uns zurücknehmen, wir müssen auch aufhören, dass die Wärmepumpe was Neumodernes wäre. Im Gegenteil, die Wärmepumpe ist ja uralte Technik. Also das theoretische Prinzip hat ja ein genialer Wissenschaftler, ein französischer Ingenieur. 1800 noch irgendwas. Ja genau, 1824, der Nicolas-Leonard Sadi Canot, der das auf theoretischer Ebene berechnet hat. Deswegen ist das auch, wir sprechen deshalb auch vom Canot-Prozess. Und die erste Wärmepumpe, auch wenn er sie noch Dampfpumpe genannt hat, ist von 1855, ist dann 1857 in Betrieb gegangen. Und zwar von einem österreichischen Ingenieur, den Ernst Ritter von Rittinger. Der hat eine Wärmepumpe, die er wie gesagt Dampfpumpe nennt, entwickelt für die Saline in Ebensee. Also in Salinen, wie auch heute im Stollenbau, braucht man Wärme. Das war zu der damaligen Zeit in Form von Holz. Schon damals war die Wärmepumpe die Notlösung. Also man hatte kaum noch Holzmengen ums 18. Jahrhundert und musste natürlich zum Abbau. In der Saline brauchte man die Energie. Deshalb wurde da diese Wärmepumpe erfunden, die dann wie gesagt 1857 da an den Start gegangen ist und da wirklich dazu beigetragen hat, die Ressource Holz einzusparen. Und man sieht ja heute noch in den Gefilden die Verkastung. Also was dieser massive Raubbau in der Biomasse was für Folgendes hat. Und 1936, weil die Schweizer natürlich das auch ein bisschen für sich immer sehen, 1936 ist die erste Wärmepumpe im Rathaus von Zürich, hat da ihre Arbeit aufgenommen und wurde erst 2001, also nach 65 Jahren Betrieb, wurde sie gegen eine modernere Wärmepumpe ausgetauscht. Aber von 1936 bis heute wird das Rathaus in Zürich mit Wärmepumpe gearbeitet. Die erste deutsche Wärmepumpe war 1954 auch in einer Saline in Reichenau in Bayern. Also Wärmepumpe gibt es schon ewig. Also wir müssen wirklich damit aufhören, dass es hier eine Technik wäre, die in den Kinderschuhen oder Neumodern wäre. Im Gegenteil, ist schon ewig. Und gerade früher, also ganz sicherlich, wenn Sie mir zustimmen, dass in dem Rathaus in Zürich 1936 gab es ganz sicher keine Fußbodenheizung. Also wie haben denn die geheizt, wenn nicht mit Radiatoren an der Wand? Also Herr Moldenhauer, an 1857 kann sich Peter Burkhardt nicht mehr erinnern. Da war er noch ganz klein. Er ist ja später ins Wärmepumpenbusiness eingestiegen. Peter Burkhardt, Vorstandsmitglied beim VEG. Das ist ja ein Mann, der hat eine ganz einfache Ansicht. Hier heißt, bei einem uralten Gebäude hat man es nur mit einem Gebäude zu tun, bei dem die Wände schon lange dastehen. Und machen kann ich damit alles. Peter, würdest du Nico Moldenhauer zustimmen zu sagen, geht für alle Häuser? Absolut. Ich meine, die ganzen Praxisbeispiele, wo wir auch schon oft diskutiert haben, zeigen das ja, ob jetzt ein 30er Jahre Haus, ein 70er Jahre Haus, ob jetzt ungedämmt oder gedämmt. Alles ist machbar. Und insofern gebe ich Herrn Moldenhauer recht. Wir müssen mit dem Vorurteil aufhören, dass irgendwas nicht ginge, sondern müssen einfach sagen, pass mal auf, das geht ohne Problem. Ich meine, ein Aspekt, um das, was der Nico gesagt hat, noch zu ergänzen, ist halt, dass viele Marktteilnehmer, die sind halt gewohnt, Rohre zu pressen oder zu löten. Und das Problem bei der Wärmepumpe ist halt, dass da auch viel Elektrokabel dran ist. Das heißt, da bedarf es auch der Geschichte, dass dieses Elektrohandwerk und das Heizungshandwerk da mehr zusammenwächst. Weil bei einer Wärmepumpe brauche ich nicht nur den Heizungsbauer, ich brauche auch Elektro. Und diese Symbiose, das muss die Zukunft bringen, dass nicht ein Heizungsbauer sich nur mit Rohren auskennt und deshalb sagt, ich mache Gas. Und ein Elektriker sagt, ich mache was anderes, sondern das muss zusammenkommen. Und das kommt bei der Wärmepumpe einfach zusammen. Und da brauche ich beide Gewerke. In meinem Kinofilm Leben ohne Energiekosten haben wir wirklich die Beispiele gezeigt. Darüber hinaus haben wir hier bei YouTube viele Filme veröffentlicht für alle Häusertypen, die es gibt, die mit Wärmepumpe funktionieren. Die Links stellen wir unten in die Sendungsbeschreibung ein. Wir zeigen Ihnen gleich im Rückgriff auch nochmal Beispiele und besprechen das. Aber ich kriege Herr Moldenhauer im Kino dann immer wieder gesagt, naja, Herr Ferenzki, Sie erzählen uns das jetzt. Das ist ja ganz schön. Aber mein Solateur und Heizungsbauer sagt, das geht nicht. Und da muss man dazu sagen, es gibt tatsächlich Leute in der Branche, die dann sagen, ja, du hast ein altes Haus, Wärmepumpe geht nicht. Wie kommt das eigentlich, dass in der Branche falsch beraten wird? Ja. Ich müsste es so salopp ausdrücken, dass man sich in dem Moment eben nicht mit einem Fachmann unterhalten hat. Also vielleicht der Fachmann für die Rohre legen, aber nicht für die Technik. Weil ansonsten wäre es ja nicht wollen. Also versuchen, so wie wir es ja auch in anderen Bereichen heute im Leben sehen, dass es eben viel zu viele Menschen gibt, die sagen, oh nö, oder können wir das nicht so machen wie immer, oder oh, schon wieder was Neues. Das ist aus einer Art Bequemlichkeit, Komfortzone im Hoffen und Glauben. Das wird schon irgendwie so weitergehen, wie vergangen ist. Und hier, dass es einfach eine Sache auch vom Mindset ist. Also sich mal Neuen zu öffnen, die Dinge optimistisch zu sehen, in die Zukunft zu schauen und nicht immer auf Geschichte, die ja schon längst passiert ist, wo wir nichts mehr dran machen können, immer sich dahin zurückzusehen an die schönen alten Zeiten. Weil in Wahrheit leben wir doch für den neuen Tag und nicht für den gestrigen. Also hier ist ganz wichtig, dass wenn man als Endkunde, wenn man als Verbraucher mit dieser Antwort sich nicht zufrieden gibt, darf man sich damit nicht zufrieden geben, sondern muss sich auf die Suche machen, bis man den Menschen findet, der dich dort abholt, wo du abgeholt werden willst. Also meine Motivation ist, ich will weg von Gas, ich interessiere mich für eine Wärmepumpe und da muss ich mich vielleicht manchmal so lange auf die Reise begeben, bis ich diesenjenigen Menschen finde. Aber ich schwöre Ihnen, Herr Frenzke, die Menschen gibt es und zwar zu Genüge. Ein kleines Beispiel, also ich bin ja auch seit 18 Jahren jetzt im Unternehmen und glauben Sie mir bitte, vor 15 Jahren, 16 Jahren, wo wir selbst auf Messen waren. Also ich habe in meiner Zeit von belächelt bis ausgelacht bis hinzu verscheucht alles erlebt in Bezug auf Wärmepumpe. Wegen Hexerei, Zauberei, da wo kein Feuer, da wird nicht warm. Aber bitte, niemand von uns hat doch wohl das Bestreben, sich zurückzuentwickeln zum Lagerfeuer. Und wenn ich doch heute ein neues Haus baue, dann passt es doch philosophisch schon gar nicht zusammen, dass ich da eine Heizungsart drinne einsetze, wie es sie vor 50 Jahren Stand der Technik war. Also ein neues Haus und alte Heizung passt genauso nicht zusammen, wie irgendwelche Denkweisen da in alten Zeiten zu bleiben. Dahinzu kommt, also wenn ich jetzt einfach sage, jetzt bin ich 18 Jahre im Unternehmen, was glauben Sie denn, wer meine Kunden waren vor 10 Jahren? Da wollte doch niemand eine Wärmepumpe haben. Und trotzdem gibt es uns noch heute. Wir sind ja ein reiner Wärmepumpenhersteller, haben kein zweites Standbein. Also wir bauen nichts anderes jeden Tag wie Wärmepumpen. Das ist von 2 Kilowatt Leistung bis 2500 Kilowatt Heizleistung. Und unsere Kunden waren zu der Zeit nur aus dem Altbau. Es waren nur Sanierungsgebäude. Und warum? Weil diese Menschen, ja in der Regel, ja sind die Häuser auch abbezahlt. Also ist Geld da. Aber was viel wichtiger ist, die Leute kennen ihre Betriebskosten. Die wissen, wo das Geld rausgeht. Nämlich aus dem Fenster oder besser gesagt aus dem Schornstein. Und deswegen haben die sich mit beschäftigt. Und natürlich muss man vorher als Hersteller wissen, dass es immer noch ein zweites Gespräch gibt. Das erste vom Kauf und das zweite, wenn das erste Betriebsjahr rum ist, weil natürlich der Kunde auch sehen will, was dabei rausgekommen ist. Aber als Hersteller sind wir uns dem ja bewusst, ich weiß das ja vorher, dass es auch um Image geht, dass es auch um die Branche geht, dass es auch um das Produkt geht. Und wenn du davor mit dir selbst auch im Klaren bist, dann funktioniert es auch. Darf ich mal das so zusammenfassen, wie sie das versucht haben, nonchalant zu formulieren? Ich glaube, Herr Moldenhaber wollte sagen, jeder angebliche Fachleute haben gar keine Ahnung und machen das alles einfach nur so weiter, wie es früher gelaufen ist. Gasthermereien funktioniert, Ölheizung funktioniert. Muss man sich ja gar nicht damit beschäftigen. Wir haben genug Beispiele gezeigt. Es funktioniert fantastisch. Manchmal muss man ein bisschen Zeit reinstecken, um es zu optimieren. Die Zeit muss man sich nehmen. Und Herr Moldenhaber, wir in Berlin, ich finde es ganz interessant, was Sie gesagt haben, dass die Wärmepumpe von der Sanierung der Altbauten herkommt. Dass das Geschäft so angefangen hat. Finde ich eine wichtige Information. Wir in Berlin wissen, dass die Wärmepumpen funktionieren. Denn komischerweise wissen ganz viele Berliner, dass Ikea mit Wärmepumpe in Berlin beheizt wird. Und deshalb wissen wir, es geht in großen Dimensionen. Nico Moldenhaber hat einen Film mitgebracht. Wärmepumpe in einem Schloss aus dem 13. Jahrhundert. Das geht. Den Film schauen wir uns jetzt an. Züchten heißt in Generationen denken. Und das Gleiche ist ja letztendlich auch hier gegeben mit der energetischen Unabhängigkeit. Sprich, wir haben zwei Kinder, Tom 10 und Leonie 7 Jahre. Wenn in 10, 15, 20 Jahren eines unserer Kinder oder beide die Anlage übernehmen wollen, dann haben wir einen Meilenstein für Sie hinterlassen, um erfolgreich weiterzumachen. Wir haben jetzt 20 Jahre hinter uns, mit denen wir hier am Standort Umfenbach erfolgreich arbeiten konnten und haben in der Vergangenheit immer wieder auf unsere Energiekosten geschielt und haben letztendlich enorme Kosten im Bereich Gas, Strom und auch Wasser natürlich gehabt. Viele Installateure haben natürlich davon abgeraten, mit Luftwärmepumpen und das alte Gemäuer, keine Fußbodenheizung. Also wir haben in der Tat wirklich nur einen einzigen Raum mit Fußbodenheizung, nämlich unser Badezimmer. Und alles andere sind ganz normale Wandradiatoren und es waren keinerlei Beeinträchtigungen zu merken. Im Gegenteil, man hatte fast eine höhere Wärme in den Räumen als vorher über die Gasheizung. Weil wir in Deutschland diese Thematik wie ein Ammenmärchen haben, dass alte Gebäude mit Heizkörpern nicht möglich sind, mit Wärmepumpen zu beheizen. Und dafür ist es quasi für mich das Beispiel gewesen, das hier umsetzen zu wollen mit 100% positivem Effekt. Die Anlage hat schon einen Winter durchgearbeitet. In dem Winter hatten wir auch mehrere Tage am Stück mit minus 12 Grad. Und hier oben auf dem Berg ist es sicherlich auch klimatisch nicht günstig. Also Windlage und so Sachen. Und hier das mit Luft-Wasser-Wärmepumpen alleine zu machen, ist eine Herausforderung. Das ist eine Challenge, aber ich würde sagen bestanden. Wir brauchen für das Gebäude, also für den Verwaltungstrakt, für das Wohngebäude, für das Mitarbeiterhaus, brauchen wir eigentlich nur vier Wärmepumpen. Viermal den Typ R41. Wir haben eine fünfte zur Absicherung. Es gibt kein zu großes Gebäude. Es gibt auch kein zu altes Gebäude. Es gibt nur zu alte Heizungen und zu alte Denkweise. Also Peter, es funktioniert. Schloss aus dem 13. Jahrhundert. Älter geht es ja gar nicht. Wir haben mit dir Filme gezeigt. Auch dein Haus 1800, noch irgendwas. Funktioniert auch mit der Wärmepumpe. Und das muss man dann sagen, um auch mit einem Vorurteil aufzuräumen. Man muss nicht eine Spezial-Super-Hochleistungs-Wärmepumpe mit 78 Grad Vorlauf haben. Das kommt nämlich auch, dass gesagt wird, da braucht ihr ganz spezielle Wärmepumpen. Nein, auch ein altes Haus kann ich mit einer ganz normalen Wärmepumpe betreiben. Ist das so? Absolut. Also wir gehen in der Praxis hin und legen die Heizkörper mit 55 Grad maximal aus. und ich komme aus einer sehr regionalen Landschaft, wo es auch viele Bauernhäuser gibt mit Heizkörpern. Und das ist so das Schlimmste, so ungedämmte Altbauten, was es bei uns so gibt. Und da kommen wir mit den 55 Grad gut hin. Und natürlich ist es manchmal so, dass ich jetzt, wenn ein Haus jetzt 15 Heizkörper hat, dass ich dann drei Heizkörper einfach tausche, dass ich die entweder breiter mache oder dicker mache. Aber mit den 55 Grad kommen wir gut aus. Und unsere Praxiserfahrungen mit Wärmepumpen auch in Altbauten mit Heizkörpern sind durchaus, also durchweg positiv. So, ich rücke jetzt aus meinem Kinofilm einen Ausschnitt heraus. Und zwar geht es um Familie Hölzel. Familie Hölzel hat ein Haus aus den 70er Jahren, genauer gesagt von 1969. Man hat, und das werden Sie gleich sehen, keine neuen Fenster eingebaut. Das Haus nicht gedämmt. Nur obere Geschossdecke, untere Kellergeschossdecke. Und ansonsten hat man die Heizungsanlage, die Heizkörper gelassen, wie sie waren und eine Wärmepumpe eingebaut. Matthias Hölzel hat es geschafft. Ein unsaniertes Haus aus den 70er Jahren für seine Familie mit selber produzierter Energie zu betreiben. Familie Hölzel hatte 2011 die erste Photovoltaikanlage gebaut. Der Nachbar hat damals gesagt, das rechnet sich doch nicht. Kann man ein unsaniertes 70er Jahre Haus ohne Kosten für extern bezogene Energie betreiben? Und sich selber mit Strom versorgen? Für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Peter Burkhardt von Sonnenplan rechnet in diesem Film genau nach, ob der Nachbar recht behalten sollte. Und nach der Auswertung wissen wir, der Nachbar hatte recht. Es hat sich nicht gerechnet. Für den Nachbarn. So wie Matthias Hölzel und seiner Familie ging es Millionen Menschen. Sie kauften einen Bestandsbau mit alter Heizungsanlage, ungedämmter Fassade, alten Fenstern. Viel Geld in eine Sanierung steckte die Familie in das Ende der 60er Jahre gebaute Haus nach dem Kauf nicht rein. Es hat sich nicht sehr viel verändert. Die Küche wurde neu gemacht und ins Badezimmer. Und wir hatten auch die Energieberatung einmal da gehabt. Und da war irgendwie Kosten im Raum von 100.000 Euro. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben das Haus außer die oberste Geschossdecke nicht gedämmt. Auch die Fenster sind noch ältere Fenster drin, sind Kunststofffenster drin. Und ja, fahren denke ich so ganz gut. Mit Eigenenergieproduktion. Photovoltaik haben wir gleich mit aufgebaut. Zu Anfang mit 11,5 Kilowatt Peak. Und haben eben da dann geguckt, dass man tagsüber Wäsche wäscht und Spülmaschine macht. Da haben wir schon darauf geachtet, dass man den Strom tagsüber verbraucht. Von dem her, ja, haben wir gleich zu Anfang die Photovoltaikanlage mit aufs Dach gemacht. Das war mir das Erste. Die Ausgangssituation. Ein Fünf-Personen-Haushalt. Standort Bellheim in Rheinland-Pfalz. Wohnfläche 180 Quadratmeter. Komfortstrombedarf ca. 4.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das macht beim aktuellen Stromtarif von Familie Hölzel ca. 1.600 Euro aus. Dazu der Heizenergiebedarf per Gas mit 33.000 Kilowattstunden. Moderat bei 15 Cent pro KWH gerechnet wären das 4.950 Euro. Kraftstoffbedarf 432 Euro. Und ein wasserführender Kamin benötigt für 350 Euro pro Jahr Holz. Peter Burkhardt vom Solateursbetrieb Sonnenplan rechnet für die Familie jetzt genau aus, wie weit man wirtschaftlich mit der Eigenenergieproduktion und Nutzung gekommen ist. Ja, mit der ersten Photovoltaikanlage habe ich mich schon umgestellt. Wird nur noch gewaschen und getrocknet mit einem Wäschetrockner, wenn die Sonne scheint. Gut, wir haben einen Gasherd. Kochen ist von daher unabhängig. Aber gebacken habe ich auch nur, also habe es versucht, wenn die Sonne scheint. Ja, also das mache ich schon lange so. Das Familienleben mit Eigenenergie. Darauf ausgerichtet, die selber produzierte Energie auch so weit wie möglich selber zu verbrauchen. Nicht nur, dass man den Elektroofen am liebsten tagsüber benutzt, wenn die Sonne scheint. Auch auf den Gasherd wird bei der Kocherei weitestgehend verzichtet. Musik Bei den Hölzels machen dabei alle Familienmitglieder mit und haben alte Zöpfe abgeschnitten. Dazu gehörte, dass man sich anderes Equipment für die Küche beschaffte. Zum Beispiel kleine Induktionsplatten. Denn damit lässt sich mit der Energie vom Dach kochen. Motiv für diese Verhaltensänderung war nicht nur, Kosten für den Netzbezug von Energie zu reduzieren. Also unabhängiger werden, das war so ein bisschen der Hauptgrund, wo mich angetrieben hat. Ich habe ziemlich viele YouTube-Filme von Frank Farenzi gesehen. Und das hat mich sehr imponiert. Und auch diese Übermachtlosigkeit gegenüber Energiekonzerne und Ausgeliefertsein, das wollte ich mir einfach ein Stück weit unabhängig machen. Und das war eigentlich so die Triebfeder, kann man sagen. Dann trat Peter Burkhardt in das Leben von Familie Hölzel. Und entwickelte Konzepte, um die selber produzierte Energie besser nutzen zu können. Eben nicht nur für den Komfortstrom. Eigentlich aber ging es in der Erweiterung am Anfang nur um ein Hauskraftwerk, um die Höhe der Einspeisung in das Netz zu reduzieren. Ich wollte, wie gesagt, nur einen Speicher haben zum Anfang. Und dann kam man ins Gespräch, gleich die Heizung mitzumachen und Wallbox und so weiter. Und ja, da habe ich mich dann recht schnell, war das eigentlich klar, das lohnt sich. Und da gab es noch diese Förderung für die Gasheizung, Erneuerung von 40 Prozent. Und dann war das einfach die Sache, wo ich so gesagt habe, komm, das machen wir jetzt. Letztendlich ist das eher so mein Mann seine Sache, diese Erweiterungen. Aber zwischenzeitlich haben wir jetzt so viel Gutes eigentlich damit bewirkt, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Widerstand leiste wie am Anfang. Weil am Anfang mussten wir uns da schon ein paar Diskussionen geben, bis wir zu dem Stand, wie wir jetzt gekommen sind. Ein Hauskraftwerk, sprich Stromspeicher, kam in das Haus. Es ist immer zukunftsweisend hier, die Firma E3DC, ohne jetzt hier unbedingt Werbung zu machen zu müssen. Aber es ist das Einzige, was man eigentlich wirklich kaufen kann. Es ist immer up to date. Es hat zehn Jahre Garantie. Es wird überwacht, hängt am Netz. Wenn was wegläuft, kriegt es E3DC mit. Und ich fühle mich jetzt hier nicht überwacht. Aber es ist einfach eine feine Sache. Es funktioniert. Und auch wenn zukünftig vielleicht K2X kommt, dass man eben das Auto als Speicher benutzen kann, würde mich auch sehr interessieren. Dass eben das Auto mit seinem großen 60, 70 Kilowattstunden Speicher auch das Haus versorgen kann. Da bin ich sehr daran interessiert. Und in dem Umfang gibt es, glaube ich, niemanden auf dem Markt, wo das auch leisten kann. Das war eigentlich so. Ich habe mich sehr viel mit auseinandergesetzt. Und das Package ist einfach, das passt für mich. Aufgrund unserer Batterie, die wir jetzt im Keller stehen haben, bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden. Weil jetzt kann man ja auch mal, obwohl es Richtung Dunkelheit geht, trotzdem noch mal die Waschmaschinen einschalten. Da habe ich immer noch ein gutes Gefühl. Die Maßnahmen. Zwei PV-Anlagen erbringen eine Leistung von 21,3 kW Peak. Bei der Wärmetechnik gibt es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, einen Pufferspeicher, einen Warmwasserspeicher und einen wassergeführten Kaminofen. Als Stromspeicher kommt ein Hauskraftwerk von E3DC aus der Pro-Serie mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 17,5 kWh zum Einsatz. Für die Elektromobilität gibt es eine E3DC Wallbox Easy Connect und einen Tesla. Bei den Hölzels ist die Sektorenkopplung also Realität geworden. Der Clou im Haus für den Wärmebedarf, die Wärmepumpe. Einfach angeschlossen an die alte Heizung. In einem unsanierten Haus mit alter Heizungsanlage eine Wärmepumpe einsetzen? Das geht nicht, heißt es. Doch es geht, wie sich hier zeigt. Das System wird nur ziemlich optimal eingestellt. Ich habe mir gerade mal die Heizkurve angeschaut. Die gibt an, bei welcher Außentemperatur, wie viel Grad heißes Wasser in die Heizkörper geht. Und die steht bei minus 15 Grad lediglich bei 42 Grad. Und bei plus 20 Außentemperatur steht die bei 27 Grad. Das heißt, die Familie Hölzl hat das in extremer Weise optimiert, hat sich gut gekümmert und hat einfach diese Heizkurve so lange nach unten geschoben, bis es unbehaglich war und dann nochmal etwas, etwas hoch. Und das führt auch zu einer extrem hohen Effizienz. Und was man auch einfach sagen muss, ist, dass oftmals in der Praxis viel niedrigere Temperaturen ausreichend sind, wie in der Theorie rauskommt. Das heißt, die Empfehlung, wo ich jedem, jedem bei jeder Heizung machen kann, ist, kümmert euch um eure Heizkurve, fahrt die so weit runter, erzählt es keinem zu Hause. Die Frauen kriegen kalt, nur wenn man sagt, man stellt was runter. Und wenn sich jemand beschwert, wieder zwei Grad nach oben. Und egal welche Heizung, da kann man echt viel Energie sparen. Die alte Legende, nämlich dass Wärmepumpen nichts für unsanierte Bestandsbauten mit alten Heizungsanlagen sind, ist einfach falsch. Es kann sehr wohl funktionieren und eine Infrastruktur aus Gas und Öl ablösen. Die Wärmepumpe bei unsanierten Bestandsbauten hat ihren Siegeszug angetreten. So wie bei Familie Hölzl. Also historisch war es so, dass ja die Effizienz zuerst mal zweitrangig war. Früher hat Öl und Gas hat einfach nichts gekostet. Und da hatte man immer nur ein Ziel als Heizungsbauer. Und zwar, die Ehefrau dürfte auf keinen Fall kalt haben, weil wenn die kalt hat, ruft die an. Und genau so sind auch die Werkseinstellungen der ganzen Heizungen, die sind nicht auf Effizienz getrimmt. Die sind auf der Kunde ruft nicht an getrimmt. Und dann ist es auch so, dass es auch bei den Hydrauliken, dass es da auch welche gibt, die einfach zwar theoretisch funktionieren, aber in der Praxis, wo dann Energie vernichtet wird und wo wirklich sehr uneffizient sind. Und dann gibt es auch Hydrauliken, wo, sage ich mal, dann effizient sind. Das war unser größtes Streitpunkt, weil die Gasheizung hat ja noch funktioniert. Und das Gas war ja nicht so teuer damals. Und er wollte unbedingt eine Luftwärmepumpe. Und ich habe gesagt, der Schornsteinfeger hat gesagt, die läuft noch ewig. Und ich sagte, wollte ich die nicht gewechselt haben. Ja, und jetzt bin ich glücklich darüber, dass er sich dann doch durchgesetzt hat. Man sieht ja die Preise, die jetzt dann immens steigen. Und die Kombination mit Photovoltaik und Batterie funktioniert ja alles super. Und so setzen sich die Kapitalkosten für die energetischen Maßnahmen zusammen. Die Photovoltaikanlage 2011 kostete 27.400 Euro, ist abgezahlt und hat ihre Investitionskosten bereits mehr als eingespielt. Für die zweite Anlage inklusive Hauskraftwerk wurden 26.590 Euro investiert. Finanziert durch einen Kredit über zehn Jahre mit einer Rate von 230 Euro pro Monat. Auch die Wärmepumpe ist kreditfinanziert. Nach Abzug der Förderung kostete diese 24.300 Euro. Abzahlung ebenfalls über zehn Jahre, monatliche Rate 210 Euro. Der wassergeführte Kaminofen kostete 3.000 Euro und wurde bar bezahlt. Dafür gibt es keine Kapitalkosten. Wie sehen für Familie Hölzl die Energiekosten nun aktuell aus? Die Kosten für den Bezug von Netzstrom und etwas Holz für den wasserführenden Kaminofen muss man in Abzug zur erzielten Einspeisevergütung für die Überschusseinspeisung bringen. Die Vergütung selber ist hier ein Mittelwert aus der Einspeisevergütung der alten und neuen PV. Daraus resultiert für Familie Hölzl ein Überschuss von 1450 Euro. Monatlich spielt man also 120 Euro ein. Das Haus verdient trotz Bezug von Netzstrom und den Kauf von Holz mit der Eigenenergieproduktion noch Geld. Dagegen muss man die Kapitalkosten für die Abzahlung der Technik setzen. Zieht man den Überschuss von den Kapitalkosten ab, bleiben rein rechnerisch 320 Euro Energiekosten im Monat übrig. Für 10 Jahre. Danach ist alles for free. Für den Bezug von konventioneller Energie musste dagegen monatlich 611 Euro gezahlt werden, die übrigens ständig teurer wird. Trotz der monatlichen Abzahlung für die Kreditrate senkt die Eigenenergieversorgung die Kosten fast um die Hälfte. Und wie schon erwähnt, nach 10 Jahren gibt es keine Kreditrate mehr. Und wenn man sich ja mal überlegt, dass bei den 33.000 Kilowattstunden Gas oder 32.000, wenn man jetzt mal mit 15 Cent Gas mal rechnet, dann würdest du ja 4.500 Euro im Jahr bezahlen. Das heißt, die 320 Euro hier im Monat sind ja weniger wie deine Gaskosten, die du hättest, die du nicht gemacht hättest. Das heißt, die Frage ist ja, kann man sich das überhaupt leisten, das nicht so zu machen? Ja, richtig. Da es in der kältesten Jahreszeit mit dem Strom vom Dach manchmal etwas schlecht aussehen kann, ergänzt Familie Hölzel per Holz die Wärmeproduktion durch einen wasserführenden Kamin. Das reduziert natürlich den Strombedarf für die Wärmepumpe. Der Kamin integriert sich so nahtlos in das von dem Hauskraftwerk gesteuerte System. So ein intelligentes Hauskraftwerk in Kombination mit einer Wärmepumpe macht natürlich richtig Sinn. Gerade bei Häusern, wo ich, sag ich mal, aufgrund von einem Ofen einen großen Pufferspeicher brauche, kann einfach die Smart Grid Ready Schnittstelle vom E3DC ein Signal rausschicken. Das versteht die Wärmepumpe und die kann dann, wenn Überschussstrom da ist, wo ansonsten für wenig Geld eingespeist wird, kann die Wärmepumpe dann hingehen und kann den Pufferspeicher vollhauen. Zum Beispiel hier haben wir Beispiel 27.03.2022, da mitten in der Heizperiode, da ist einfach um 10 Uhr, hat die Wärmepumpe das Signal gekriegt, dann hat die zuerst mal den Trinkwasserspeicher von 50 auf 60 Grad vollgeheizt, ist dann hingegangen, hat die 1000 Liter Pufferspeicher von, keine Ahnung, 35 Grad auf 60 Grad vollgeheizt und dann hat man hier an diesem Tag 100 Prozent Autarkie. So sieht modernes Energiemanagement von E3DC aus und bringt ein Haus Baujahr 1969 im März 2022 zu 100 Prozent Autarkie. Weil einfach, obwohl die Wärmepumpe recht viel gebraucht hat an diesem Tag, die Wärme auch noch gespeichert wurde und so ist man über die Nacht gekommen und so funktioniert das Gesamtsystem dann wirklich gut miteinander. Auch in Zeiten, geradezu explodierender Kosten für den Bezug von Energie, kann man Energiekosten in den Griff bekommen, dank der Hauskraftwerke. Ich meine, die Sache kostet Geld. Wir können ja gerade mal schauen, was die Bilanz ergibt, wenn man das auch noch berücksichtigt. Ich meine, die Anlage von 2011, die ist ja schon jetzt elf Jahre gelaufen und die hat ja schon mehr Einspeisevergütung eingenommen, wie sie damals gekostet hat. Das heißt, die hat sich mal selbst bezahlt, für die gibt es keine Kapitalkosten. Und ihr hattet, glaube ich, 50.000 Euro hattet ihr quasi aufgenommen für diese neue Aktion mit zehn Jahren Laufzeit. Genau. Das heißt übersetzt, da zahlt ihr im Monat 440 Euro. Richtig. Und habt dann quasi, wenn man die 440 Euro nimmt, die 120 negative Energiekosten abzieht, dann habt ihr quasi jetzt Energiekosten mit Kapitalkosten in Höhe von 320 Euro im Monat. Genau, richtig. Und ich meine, ich sage mal so, ja, aber nur bis 2030. Das heißt, 2030 ist die Sache abbezahlt mit dem Kredit. Und das heißt ja, für eure Rente habt ihr keine Kapitalkosten und habt, sage ich mal, für die Rente das so jetzt aufgestellt, dass ihr ganz niedrige Energiekosten habt. Natürlich hat Familie Hölzl zunächst Geld investieren müssen, um die ganze Wärme- und Energietechnik umzubauen oder zu ergänzen. Vielleicht ist man ja Krösus. Krösus. Nein, wir sind sicherlich nicht Krösus. Aber wenn man sich die heutige Situation anschaut auf den Werken, dann kann man es sich nicht mehr leisten, fossil zu heizen. Und das war der Hauptgrund hier, einmal Investitionen zu tätigen und dann eben mehr Geld im Monat zu haben, um zu leben und auch an die Rente später mal zu denken, dass man eben das Haus vielleicht auch halten kann. Und es ist auch so, von den Zahlen bezahlt sich der Invest ja von selbst. Also hätten die es nicht gemacht, hätten sie ähnliche oder sogar noch höhere Kosten wie jetzt mit Kredit. Insofern kriegen die ihre neue Haustechnik über die Jahre geschenkt und wenn sie in Rente sind, ist das Thema durch. Und dann haben sie eine geschenkte Anlage und haben dann niedrige Energiekosten. Und dann sage ich, alles richtig gemacht. Auch bei dem Thema Elektromobilität, die kam gleich mit dazu. Denn die Eigenenergieproduktion ist gerade in der E-Mobilität ganz besonders wirtschaftlich. Doch auch da gab es in der Familie zunächst Widerstände. Das Auto, das war auch nicht so einfach. Wir haben bisher noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben. Und für mich war das sehr viel Geld auf einmal. Und ich habe ihm immer gesagt, wer will denn schon eine Stunde an der Ladesäule stehen? Das magst du niemals. Und ich will das nicht. Zwischenzeitlich bin ich begeistert vom E-Auto. Ist auch egal, ob da jetzt eine Stunde steht. Dann fährt man halt mit dem E-Roller weg und kommt wieder mit dem E-Rollern, holt es ab zum Beispiel. Oder wir können das ja theoretisch auch bei uns laden, weil wir eine Wallbox haben. Der Verbrenner steht nur noch nutzlos in der Garage herum und verstaubt. Die Überzeugung ist jetzt eigentlich da, dass es das Richtige war. Jetzt sowieso bei den momentanen Preisen. Aber es war nicht immer leicht. Auch ein teures Elektroauto kaufen ist natürlich ein Thema gewesen. Aber es war das Richtige. Ein nicht saniertes Haus von 1969, versehen mit Technik zur Produktion und Nutzung von Eigenenergie, spielt nach Abzug der externen Kosten für den kompletten Energieverbrauch von Komfortstrom, Wärme und Mobilität monatlich 120 Euro ein. Die entscheidende Frage ist, handelt es sich bei diesem Haus von Familie Hölzl um einen Sonderfall? Oder ist es ein Beispiel auch für andere unsanierte Bestandsimmobilien? Klar ist auf jeden Fall, Familie Hölzl ist mit ihrer Entscheidung zur Eigenenergieproduktion und Nutzung hoch zufrieden. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, gut, du hast deine Frau geheiratet. Das wird auch noch eine gute Entscheidung gewesen sein. Also wenn jemand so ein ähnliches Haus hat und sagt, das möchte ich auch so umsetzen, dann kann ich das zuerst mal nur bestätigen. Und die Frage ist ja immer, was ist wichtig bei diesem Weg, den man dann beschreitet? Und da rate ich zu folgendem, und zwar zum Gleichen wie beim Heiraten. Sich genau zu überlegen, mit wem man das Ganze macht. Das ist nämlich beim Heimraten auch eine ganz wichtige Sache. So wird es 2022 aussehen. PV-Erzeugung 24.000 Kilowattstunden. Eigenverbrauch 30 Prozent, Autarkie circa 71 Prozent. Netzbezug nur 29 Prozent und das bei einem Wärmepumpenstrombedarf von über 5.500 Kilowattstunden. Und 600 Kilowattstunden für die Elektromobilität. Ansonsten lädt Familie Hölzl frei am Tesla Supercharger. Das Hauskraftwerk mit seinem Wechselrichter, Speicher und Energiemanagement hat Familie Hölzl von steigenden Energiekosten sehr stark unabhängig gemacht. Ob man sich dafür entscheiden mag, das muss jeder selber wissen. Familie Hölzl jedenfalls bereut ihre Entscheidung auf keinen Fall. Es war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, kann man sagen. Hier alles auf Strom zu setzen. Und ich bin sehr dankbar und glücklich darüber. So, also wie war das jetzt? Ein alter Heizkörper ist sogar ganz gut. Absolut. Also man muss dazu verstehen, dass, also man kann den Euro nur einmal ausgeben. Aber sicherlich ist er besser investiert in eine Wärmepumpenanlage als wie in Dämmung. Besonders wenn es dann Styropor ist. Dann machen wir uns nicht vor. Auch Styropor ist irgendwo aus Erdöl. Styropor hat auch eine Lebensdauer und müsste dann entsorgt werden. Auch diese Fragen sind nicht klar. Und ganz wichtig, wir haben in Deutschland noch nie schlechte Wände gebaut. Also es ist von der Oberfläche sicherlich am größten, sodass man zahlentechnisch am meisten sieht. Aber der Schwachpunkt eines Hauses ist, sage ich mir gern zu den Leuten, gehen sie in den Garten, nehmen sie einen Stein, werfen sie drauf. Und da, wo er dann im Wohnzimmer landet, also Fenster. Und natürlich Wärme steigt auf, Dach auch, weil es will auch niemand, das reinregnet. Aber die Wärmepumpe lebt von der Vorlauftemperatur. Und nur weil ich ein Gebäude dämme, wird es physikalisch nicht möglich, dass auf einmal ein Heizkörper, der vor 50 Grad brauchte, jetzt mit 35 auskommt. Das heißt, er braucht immer noch die hohe Vorlauf- oder die höhere Vorlauftemperatur, weil er eben weniger Wasserinhalt hat. Also ich habe zwei Möglichkeiten, Vorlauftemperatur zu senken. Entweder ich erhöhe das Volumen, also meinen Wasserinhalt, oder ich tue den Durchsatz erhöhen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Raum hier erwärmen wollten, können wir das eben, indem wir einen größeren Eimer mit heißem Wasser reinstellen. Oder einen kleineren, den wir schneller austauschen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Hat aber gar nichts mit der Erzeugung zu tun. Manchmal wird ein Heizkörper noch ausgetauscht. Macht man das so? Manche haben so diese ganz neueren schon, die ganz flach sind. Da tauscht man tatsächlich dann mal einen Heizkörper aus. Also nicht die alten Radiatoren werden ausgetauscht, sondern die etwas neueren. Warum macht man das und gegen was tauscht man das aus, Peter? Also die alten Radiatoren, wie der Herr Moldenhaar schon gesagt hat, die haben einfach viel Wasser drin. Und wenn die viel Wasser drin haben, ist das zuerst mal gut für die Heizleistung. Und dann gibt es neuere Radiatoren, wo dann ganz dünn sind und da ist sehr wenig Wasser drin. Und da ist es halt, leistungsmäßig sind die halt nicht so gut. Und wenn ich dann eine Situation habe, im Wohnzimmer zum Beispiel, und rechne drüber und merke, ich habe jetzt eine Unterdeckung, mir fehlen jetzt, keine Ahnung, 300 Watt, dann kann ich halt hingehen und kann anstelle eines Heizkörpers, der, sag ich mal, 14 Zentimeter dick ist, kann ich halt einen doppelt so dicken Heizkörper nehmen. Und ich kann auch wieder einen nehmen, wo mir Wasser drin ist, mal platt gesprochen. Und dann kommt halt auch rechnerisch raus, dass die Heizleistung dann ausreicht. Das heißt, man macht das, weil quasi im Haus der schlechteste Heizkörper ja angibt, wie viel Temperatur ich brauche. Und wenn ich jetzt einen habe, wo ich 65 Grad brauche und bei allen anderen brauche ich halt nur 50, dann nehme ich halt den einen und ersetze denen, dass ich für alle Heizkörper die niedrigere Temperatur brauche. Ja, schauen wir mal, was Familie Hölzel gemacht hat. Die haben sich Photovoltaikanlagen hingestellt, sehen wir jetzt gerade in der Grafik. Zwei Photovoltaikanlagen, Luftwasser-Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, haben noch so einen kleinen wassergeführten Kaminofen, aber der läuft nicht viel. Dann haben sie einen Stromspeicher sich hingestellt und machen sozusagen die Elektromobilität. Also Peter, können wir sagen, das wäre so ein Musterbeispiel zu sagen, schaut zu, dass ihr eine Eigenenergieproduktion hinbekommt, schaut zu, dass ihr eine Wärmepumpe hinbekommt und schaut zu, dass ihr ein bisschen Strom speichern könnt, damit ihr den Strom auch dann zur Verfügung habt, damit ihr mal über die Nacht kommt. Also Familie Hölzel ist ein Musterbeispiel für den Fall, wo jetzt nicht die Fenster und die Fassade kaputt ist, weil wenn das kaputt ist und ich muss eh neu machen, dann soll ich es bitte ordentlich machen. Und Familie Hölzel ist ein Musterbeispiel, wo jetzt Fassade und Fenster noch in Ordnung waren grundsätzlich. Und insofern ist natürlich der Ansatz, ich produziere meine Energie und schaue, dass ich mit der sparsam umgehe und dass ich da Maximales raushole, ist natürlich genau richtig. Das heißt Eigenproduktion und dann mit Strom einfach Wärme machen, mit einem, also nicht eins zu eins, sondern eins zu vier, das ist eine Mustersache. Ja, aber man kann sagen, es lohnt sich auf alle Fälle, Eigenenergieproduktion zu betreiben. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, die Wärmepumpe ist natürlich sehr effizient. Im Prinzip funktioniert es mit Netzstrom ja auch. Absolut. Also ich persönlich sehe das zweistufig. Also einmal ist natürlich so, eine Wärmepumpe mit Netzstrom ist eine ganz normale Heizung. Früher hat man auch eine Gasheizung mit Gas aus dem Netz. Ein Gasfeld, ein eigenes hat ja keiner. Und jetzt gibt es aber heute, gerade bei der Technik der Wärmepumpe, die Möglichkeit, teilweise seine Energie selbst zu produzieren. Insofern ist das für mich ein zweiter Schritt, wo ich dann noch zusätzlich machen kann, dass ich einfach meine Energie teilweise selbst produziere. Das sehen wir auch in der nächsten Grafik. Es heißt ja immer, im Winter habe ich keinen Strom aus der Eigenenergieproduktion für die Wärmepumpe. Und hier sehen wir eigentlich bei Familie Hölzel, wie gesagt, Haus 1969, nicht gedämmt, 180 Quadratmeter Wohnfläche. Können wir tatsächlich sehen, was die Wärmepumpe verbraucht. Und da sehen wir dann immer so, also wirklich die schlimmsten Monate, Dezember, Januar, 1300, 1200 Kilowattstunden, 1000 Kilowattstunden Verbrauch. Wie gesagt, großes, altes Haus, nicht gedämmt und erstaunlich muss man sagen, 26 Prozent Autarkie für die Wärmepumpe im Dezember. Hört, hört, im Januar schon 37 Prozent und im Februar sind wir mit 71 Prozent schon richtig gut. Zwei Dinge stecken für mich drin. Herr Mollenhaber, für so ein altes Haus, ich finde das nicht so viel Energie, was die Wärmepumpe verbraucht. Ich auch nicht. Aber das ist die, ja, die Realität. Und das ist auch über, also kann man auf jede Art Gebäude in der Größe umlenken, umleiten. Kleiner Haus ein bisschen größer, andere kleiner, aber das Verhältnis ist ungefähr immer dasselbe. Weil deswegen betrachten wir es ja auch energetisch, auch politisch deutschlandweit. Wir reden von einer thermischen Hülle und dabei ist egal, wie innen drin der Grundriss ist, wie die Aufteilung ist, welchen Namen die Zimmer tragen. Solange oben ein Dach drauf ist, sodass die Wärme, die man reinschickt, irgendwie da drin gebremst ist, um den Leuten warm zu machen, ist millionenfach genauso nachbaubar. Peter, wie siehst du die Energieverbräuche? Ich finde das nicht so viel. Zumal man ja Eigenenergieproduktion hat und dann, wir werden es gleich nochmal in der Grafik sehen, speist man ja im Sommer Energie noch ein, bekommt Geld zurück. Also selbst bei so einem ollen alten Haus sind die Energiekosten, die Wärmekosten gut in den Griff zu bekommen. Auf jeden Fall. Und ich meine bei den 1371 Kilowattstunden im Dezember ist ja der Haushaltsstrom auch noch dabei. Und da sieht man natürlich, dass die Familie Hölzl, dass das absolute Experten sind. Der Herr Hölzl ist ein Ingenieur, der arbeitet in Stuttgart bei einem großen Konzern. Und der kümmert sich da hervorragend drum. Und insofern sind das brillante Werte für ein ungedämmtes 70er Jahre Haus. Ja, das habe ich vielleicht undeutlich gesagt. Das ist der Gesamtverbrauch des Hauses. Der Verbrauch der Wärmepumpen im Januar liegt unter 1000 Kilowattstunden. Da ist man schon ganz gut dabei. Also das ist schon sozusagen machbar bei der ganzen Geschichte, dass man das tatsächlich mit einer Wärmepumpe betreibt. So, jetzt möchte ich noch mit einem Ding aufräumen. Da wird immer gesagt, ja, schauen Sie sich die Grafik an. Uh, Dezember nur 26 Prozent Autarkie und November auch Teil der Tränen. Okay, November, Dezember, Januar, Februar. Das sind die mauen Monate, wo die Wärmepumpe tatsächlich Strom aus dem Netz verbraucht. Und da sage ich immer, Energiebezug aus dem Netz ist ja nicht verboten. Also keine Angst vor Netzbezug, wenn man ihn braucht, Herr Moldenauer? Natürlich. Also die Energie der Zukunft ist Strom. Also manchmal ist das mir auch so ganz komisch, dass den Leuten das nicht bewusst ist. Weil wenn wir keinen Strom haben, also bestes Beispiel, wir haben jetzt länger keinen Strom, dann wird zum Beispiel kein Streufahrzeug mehr draußen rumfahren, weil die Beladung mit dem Salz ist auch elektrisch. Oder wenn wir tanken wollen, geht zum Beispiel auch keine Zapfsäule, geht ohne Strom. Okay, da kann ich vielleicht noch mit einem Kanister irgendwie reinfüllen. Aber wenn ich dann bezahlen gehen möchte, komme ich schon nicht mal mehr in die Tankstelle rein, weil ja diese komische Schiebetür auch mit Strom funktioniert. Gut, die könnte man ausbauen. Aber dann stehe ich an der Kasse und die Kasse funktioniert leider auch elektrisch. Das heißt also, selbst der könnte nicht abrechnen. Also wir sind dermaßen im Stromthema, dass die Debatte über das Heizen und darf es aus dem Netz oder selbst, das ist alles also an den Haaren herbeigezogen, weil ohne Strom kann keine Zivilisation überleben. Und übrigens auch ohne Strom funktioniert auch keine Gasheizung. Also weil manche immer glauben, dass die ja trotzdem wäre, dann wäre wie anfangs gesagt, dann müssten wir uns zurückentwickeln zum Lagerfeuer, dass wir dann in der Mitte vom Wohnzimmer entzünden. Aber keine Heizung der Welt funktioniert ohne Strom, wenn sie dann über eine Regelung nach Bewitterungsgeführte Außentemperatur gesteuert wird. Und was die Leute oft noch nicht wissen, ist ja auch, wenn bei Öl und Gas diese Stromkosten, die die haben, verschwinden halt im Haushaltsstrom. Da gibt es keine separate Abrechnung drüber. Aber auch die brauchen eine Umweltspumpe, die Strom braucht. Sie brauchen eine Förderschnecke, ein Saugsystem, also so viele Dinge mit Strom, die auch Geld kosten. Nur wird das natürlich in der Gasabrechnung nicht ausgewiesen. Und das ist in der Wärmepumpenabrechnung alles drin. Also was braucht die Umweltspumpe? Was braucht für die Warmwassererzeugung? Also die Dinge sind alle ja bereits da enthalten. Und deswegen ist die Wahrheit noch viel weniger, wie man da immer glaubt. Herr Moldenhauer, die Kamera schaltet jetzt in die Totale, weil jetzt bekommen Sie eine Frage gestellt, die Sie immer gestellt bekommen. Und dann gehen Sie an die Decke und wir wollen natürlich zeigen, wie das aussieht, wenn Sie oben an die Decke ans Studio hochschweben vor Ärger. Es heißt immer wieder und die Frage kennen Sie. Ja, wenn alle Wärmepumpen benutzen und Netzstrom im Winter beziehen, das geht ja bei unseren Stromnetzen gar nicht. Dann kollabiert alles, kriegen wir ein Blackout. Was sagen Sie denn dazu? Im Gegenteil. Das ist noch gar nicht oben. Achso, nein. Die sollten ja hochspringen jetzt an die Decke. Nein, im Gegenteil. Das ist das Nächste, was in der Debatte. Die Wärmepumpe hilft sogar, dass das nicht passieren kann. Weil die Wärmepumpe ist nämlich flexibel. Das heißt, über Smart Meter und andere Dinge habe ich die Möglichkeit von außen eine Wärmepumpe flexibel einschalten oder ausschalten zu lassen. Das heißt, der kann nicht das sagen. Ich kann das über Energiemanagement, über Puffermanagement. Ich habe Einfluss. Sowohl als Energieversorger, als Hausbesitzer. Also ich kann von außen flexibel gegenwirken. Also Spitzen im Netz zu glätten und Energie, wenn sie besonders günstig zur Verfügung steht, zwanghaft zu nutzen. Das macht bei allen anderen Systemen keinen Sinn. Weil warum soll ich zwanghaft Gas verbrennen? Wärmepumpe ist das machbar. Und bei uns übrigens seit 2012 stand der Technik, sodass ich eher das Thema habe, ich kann es nicht mehr rausnehmen, diesen Standard. Weil er zur Serie im Produkt dazugehört. Also Herr Mollenhauer hat sich über meine Frage nicht richtig geärgert. Ich versuche es mal bei Peter. Peter, bringt uns die Wärmepumpe im Winter, wenn alle sie einsetzen, den Blackout? Auf keinen Fall. Ich meine, früher gab es mal Nachtspeicherheizungen und die brauchen viel, viel mehr Strom wie eine Wärmepumpe, weil es dort keine Jahresarbeitszahl quasi gibt. Dort ist die Jahresarbeitszahl, also 1 zu 1, bei einer Wärmepumpe 1 zu 4. Und insofern ist das Thema mit dem Blackout, das ist nur eine künstliche Geschichte, wo ich auch völlig entspannt bin. Also meine Damen und Herren, ich kann Ihnen leider hier keine emotionalen Momente in der Sendung präsentieren. Die Jungs da auf der Bühne bleiben ruhig, egal was ich auch tue. Reden wir mal über Geld, vielleicht geht es da. Also Familie Hölzel hat eine Photovoltaikanlage gebaut und eine Wärmepumpe gekauft. Und jetzt schauen wir uns die Kosten mal an. Da sehen wir also, die hat eine alte Photovoltaikanlage von 2011. Die ist inzwischen abgezahlt, das muss man auch mal sagen. Das Zeug zahlt sich auch gespinnt ab. Dann hat man nachgerüstet und hat 2020 eine große Anlage gebaut. Peter, wie groß war die nochmal, die nachgerüstet worden ist? Ja, nochmal ungefähr 10 kWp. 10 kWp. Dafür zahlt man 230 Euro im Monat ab. Jetzt kommt die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist gefördert worden und man hat einen Kredit über 10 Jahre. Also 210 Euro pro Monat sind 440 Euro Kapitalkosten pro Monat für Wärmepumpe und Photovoltaik. So, dann speist man noch ein bisschen Strom ein. Und dann schauen wir uns mal die Bilanz an. Die speisen für 120 Euro pro Monat Energie ein. Das heißt, das bekommen die. Dann kommen sozusagen die Kapitalkosten. Das muss man abziehen. Heißt 320 Euro Energiekosten. So, und wenn man jetzt alles andere abzieht, was noch gekauft werden muss. Frühere Kosten für Komfortstrom, frühere Gaskosten, früheren Kraftstrombedarf, Kraftstoffbedarf. Den machen sie auch inzwischen elektrisch. Früher wurde stärker beim Holz noch dazu geheizt. So, hatte man 611 Euro Energiekosten mit konventionellen Energieträgern. Jetzt 320. Das heißt, trotz Abzahlung spart man noch die Hälfte ein und danach, nach zehn Jahren, ist alles for free. Ist die Rechnung korrekt, Peter? Genau so ist es. Also man hat sich da frühzeitig darum gekümmert und merkt einfach, dass man hier eine deutliche Kostensenkung mit der Maßnahme dann im Ergebnis hat. Und natürlich ist es so, die Kreditlaufzeit, die geht eine gewisse Zeit, hier zehn Jahre. Und wenn der Kredit abbezahlt ist, habe ich niedrige Energiekosten, muss keinen Kredit mehr bezahlen. Und insofern hat man dafür seine Zukunft gut vorgesorgt. Also jetzt muss man es nochmal ganz klar und deutlich sagen, meine Damen und Herren. Wenn Sie in Photovoltaik und Stromspeicher investieren und eine Wärmepumpe, diese Haustechnik zahlt sich von selber über die Jahre ab. Und wenn die abgezahlt sind, dann haben Sie das Ganze for free. Herr Moldenhauer, Sie verschenken ja Ihre Wärmepumpe im Prinzip. Im Prinzip ja. Aber das tun wir gerne, weil das ist ein wertvoller Beitrag für den Planeten. Weil in Wahrheit bauen wir keine Wärmepumpen, sondern Weltverbesserungsgeräte. Weil jede einzelne, von denen dazu beiträgt, dass wir unseren Nachkommen genau das hinterlassen, was wir selbst so gerne haben und lieben. Skiurlaub in Österreich und so Dinge. Weil da gehört auch ganz viel eben diese Verantwortung, der bewusst zu sein, dass ja niemand von uns kann etwas mitnehmen. Seien Sie, was wir können, dass wir uns hinterlassen. Und der Planet gehört nun mal allen. Lässt sich das so verallgemeinern zu sagen, in zehn Jahren ist der Kram abgezahlt und eure Energiekosten schon jetzt mit Abzahlung halbieren sich ungefähr? Oder ist das jetzt ein Spezialbeispiel bei Familie Hölze? Also ich sage mal so, die Aussage, dass sich ein solcher Invest selbst abbezahlt, den kann man treffen. Und ob es jetzt, ob die Energiekosten mit Kapitalkosten sich halbieren oder wie es da genau ist, das hängt so ein bisschen von der allgemeinen Situation ab. Die ist durchaus überall anders. Aber der Kern der Sache ist, dass sich die Sache selbst abbezahlt. Und das ist ja ganz besonders, weil nichts im Leben zahlt sich selbst ab, außer eine Photovoltaikanlage und solche Investitionen. Eine Spezialität, die man bei der Wärmepumpe beachten kann und sollte. Ich habe es in der Sendung schon angedeutet und bei Familie Hölzel war das auch schon. Das haben Sie in dem Filmausschnitt gesehen. Man kann sich sehr intensiv auch selber darum kümmern, dass die Wärmepumpe vernünftig läuft. Peter Burkhardt hat es im Film gesagt. Schauen, dass die Heizkurve optimal läuft. Und man kann in der Optimierung des Hauses auch dafür sorgen, dass man die überschüssige Eigenenergie, zum Beispiel den Braufasserspeicher reinpackt. Und das, Peter, zeigt genau diese Grafik. Man kann also das Energiemanagement so schlau machen, dass die Wärmepumpe dann im Winter, wenn die Energie knapp ist und so weiter, auch nicht so viel laufen muss. Weil man kann die erneuerbare Energie jederzeit einsetzen. Das zeigt diese Grafik. Absolut. Also diese Grafik zeigt halt, dass wenn über Tag die Sonne scheint, dass ich dann mit der Wärmepumpe hingehen kann, kann die bewusst laufen lassen, kann höhere Temperaturen produzieren über Tag, wie ich eigentlich brauche und nutze dann den Sonnenstrom. Und dann sieht man halt am Abend, dass kein Verbrauch mehr da ist. Warum nicht? Weil die Wärmepumpe halt abends nicht mehr läuft, weil quasi sie über den Tag so ein bisschen vorgeheizt hat und dann nachts ausbleiben kann. Und das ist auch das mit dem steuerbaren Verbraucher, wo der Herr Moldenhauer vorhin genannt hat. Das ist halt eine Besonderheit, dass ich die Wärmepumpe sehr gut mit PV-Erzeugung einfach koppeln kann. Oder ganzheitlich gesehen auch mit Winderzeugung, wenn das Signal jetzt über eine Schnittstelle vom Energieversorger kommt. Das heißt, wenn ich es so geschickt mache wie in diesem Beispiel, habe ich die Chance, die Wärmepumpe tagsüber laufen zu lassen. Nämlich dann, wenn ich noch ein bisschen im Winter auch Eigenenergie zur Verfügung habe. Genau das ist der Punkt. So, jetzt gebe ich auch die Kamera in die Totale schalten zu lassen, weil jetzt hätte ich normalerweise einen Luftsprung von Herrn Moldenhauer erwartet vor Freude. Ja, denn wir schauen mal in das Gesamtergebnis von Familie Hölzl rein und da stellen wir mal fest, PV-Erzeugung 24.000 Kilowattstunden, nur 30 Prozent werden selber verbraucht, weil es gibt sehr viel Netzeinspeisung. Aber eine Autarkie von 71 Prozent, Netzbezug nur noch 29 Prozent. Und ich sage nochmal, großes Haus, altes Haus, unsaniert, alte Heizkörper und das ganze Haus kommt mit 5.500 Kilowattstunden Wärmepumpen, Strombedarf aus. Herr Moldenhauer, das ist doch eigentlich ein Ergebnis, wo man sagen kann, das können hunderttausende Millionen von Häuser in Deutschland so machen. Ja, absolut. Und es ist einfach sowas von genial. Ich verstehe es auch oft nicht, warum es nicht schon jeder hat, aber wird sicherlich alles gut. Also Peter, ich sage ja immer, bei einem neuen Haus, wenn man es gut anstellt, kommt man so mit 2.500 bis 3.000 Kilowattstunden für eine Wärmepumpe aus, wenn das Haus eben ein bisschen gedämmt ist und so weiter. So, aber so ein oller Kasten mit 5.000 oder 5.500 Kilowattstunden, das ist doch ein echtes Angebot an die Nation. Ja, das ist ja nichts, die 5.000 Kilowattstunden. Ich meine, man muss ja einfach mal schauen, dass Familie Hölzel vorher 33.000 Kilowattstunden Gas gebraucht hat. Und wenn wir jetzt die 5.000 Kilowattstunden nehmen und ins Verhältnis zu den 33.000 Kilowattstunden Gas setzen, da kommt dann eine Zahl größer 1 zu 6 raus. Das ist ja fast schon jenseits der Physik. Ich meine, Hintergrund hier ist halt, dass auch die Gasheizung, dass die hydraulisch extrem ineffizient gebaut war und dass es auch noch mit der Zirkulationsleitung Verluste gegeben hat, wo man früher nicht bemerkt hat, weil man nicht gemerkt hat, wann macht die Gasheizung warm Wasser und wann nicht. Und insofern sieht man hier halt das sehr gute Ergebnis, das auch durch die Optimierung der Heizungsanlage erfolgt ist. Wir haben gleich noch ein zweites Beispiel. Da geht es um ein moderneres Haus. Aber jetzt greife ich mal das auf, was Herr Mollenhauer am Anfang gesagt hat. Herr Mollenhauer, bei diesen Ergebnissen würde ich ja eigentlich sagen, dass die Wärmepumpe, Sie haben gesagt, die Wärmepumpe kommt eigentlich von der Sanierung alter Häuser her. Da würde ich fast sagen, man muss es umdrehen. Wir sagen, neues Haus, machen wir gleich eine Wärmepumpe rein. Ich würde mal sagen, bei so niedrigen Wärmepumpenstrombedarf für so ein altes Haus, würde ich ja sagen, eigentlich müssen wir die Wärmepumpe nicht vom Neubau denken, sondern jetzt gerade vom Bestandsbau. Weil das ist ja unser Thema. Die meisten Gebäude sind ja Bestandsgebäude. Genau. Und auch im Bestandsgebäude sind eben die größten Einsparungen zu sehen. Also der Besitzer erlebt da den positivsten Effekt. Weil natürlich im Neubau, wo alles in Richtung Optimum und so ja gebaut wurde, da sind eher die Unterschiede klein, weil ja aufgrund der Bauweise schon eher wenig gebraucht wird. Aber genau hier diese, ich sage jetzt mal auch Fahrlässigkeiten aus der Vergangenheit, weil das kann jeder Heizungsmeister bestätigen. Wenn da früher nachgedacht wurde, eigentlich braucht er einen Kessel mit 20 kW, der mit 30 kW kostet 300 Mark mehr, dann verkaufe ihn mal den. Hauptsache, der ruft am heiligen Abend nicht an, ist kalt. So, was passiert aber? Dieser Kessel, der zu groß ist, der hat leider auch eine zu große Düse. Also es geht von Haus aus schon einen Liter mehr Öl, der da durchgepresst wird, den gar kein Mensch braucht. Und das geht dahin weiter, ich habe ja selbst das auch mal gelernt, dass eben früher gab es diese Heizkörper, da waren so einzelne Glieder aneinander genippelt. Und die wurden ja nicht in einzelne Glieder geliefert, sondern immer so ein Fünferpacks. Und dann hat man einfach zwei Packs aneinander. Auslegungstechnisch hätte ich eigentlich zwei abnippeln müssen und beiseite tun. Hat kein Mensch gemacht, die wurden zusammengeschraubt an der Wand. Das heißt also, der Regelfall ist, die Heizflächen sind ausreichend, nicht zu klein, sind ausreichend. Die Kessel sind zu groß, weil sie zu groß sind, sind die Wirkungsgrade noch mal schlechter wie gedacht. Und dann ist ja auch wichtig bei der Anschaffung für die Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe gibt es keinen Schornstein, da geht also nichts nach oben. Und das, was eben beim Verbrennungsprozess durch den Schornstein weg ist, muss die Wärmepumpe ja gar nicht erst machen. Also das heißt, wenn ich sage, ich habe 20 kW Kessel, muss niemals eine 20 kW Wärmepumpe rein. Sie wird immer kleiner sein, weil sie ist ja gebaut, sie das tun sollen, was nur das Haus braucht. Sie tut keinen Überschuss herstellen von Natur aus. Sie macht das, was du brauchst und nicht mehr. Vielleicht gehe ich Ihnen in der Sendung ein bisschen auf die Nerven, warum ich die Wärmepumpe so bejuble und warum ich davon so überzeugt bin. Warum ich das tue, das verrate ich Ihnen ganz am Ende der Sendung. Also bitte dranbleiben. Denn wir haben jetzt noch ein zweites Beispiel. Familie Theiss hat ein Einfamilienhaus gebaut im Jahr 2016. Photovoltaik, Stromspeicher und auch eine Wärmepumpe. Und so sieht es bei Familie Theiss aus. Unterwegs mit Vincent Urban von Sonnenplan zu einem Leben ohne Energiekosten. Dieses Haus verursacht keinen einzigen Cent externe Energiekosten. Monatlich spielt man durch Energieverkauf sogar noch 50 Euro ein. Familie Theiss kennt keine Sorgen vor steigenden Energiepreisen. Diese sind Ihnen schlichtweg egal. Sie können sich in Ihrem Leben auf andere Dinge konzentrieren. Am Haus jetzt selbst haben wir eigentlich bewusst auf eine zusätzliche Dämmung verzichtet. Wir wollten das so machen, dass es halt einfach mit den Steinen schon den KfW 55 Standard erreicht und haben dann die Poroton T8 sind das. Die sind auch ungefüllt, weil wir da auch eigentlich nicht so diese Wolle da drin wollten, sondern einfach so den Ziegel. Und das ist mit dem T8, der hat ja den entsprechenden U-Wert dann gehabt und dann haben wir den genommen. Im Vergleich zu einem alten Bestandsbau hat man es bei einem Neubau oder modernem Gebäude relativ leicht Energiekostenfreiheit zu erreichen. Die Energieverbräuche in dem Haus für Komfortstrom und Wärme sind also mit rund 6.500 Kilowattstunden zusammen relativ überschaubar. Die Aufgabe für Solateur Vincent Urban, dafür die Energie per Eigenenergieproduktion herbeizuschaffen, war überschaubar. Eine Photovoltaikanlage kam von Anfang an auf das Dach und ein Hauskraftwerk von E3DC in den Keller. Das All-in-One-Gerät übernahm das gesamte Energiemanagement für alle Verbraucher und sorgt seitdem dafür, dass zuallererst direkt Strom vom Dach und dann aus der Batterie genutzt wird, bevor überhaupt irgendein Netzbezug in Frage kommt. Und das seit 2016 schon, obwohl hier nicht einmal das neueste Hauskraftwerk von E3DC steht. Hier haben wir noch ein E3DC-Gerät der E-Serie aus 2016. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Das Haus wurde 2016 gebaut und da wurde auch die PV-Anlage samt Speicher installiert. Aus heutiger Sicht würde man hier natürlich ein leistungsstärkeres Gerät wählen, beispielsweise ein Gerät der Pro-Serie. Aber die Familie wusste das ganz gut zu kompensieren. Wir haben hier das Thema E-Mobilität und das Thema Smart Grid-Schnittstelle. Das heißt, wir haben einen großen Pufferspeicher und damit kann die Eigenenergie bestmöglich genutzt werden. Sind die Batterien voll und bietet das Dach überschüssigen Sonnenstrom, geht die Energie in den Pufferspeicher hinein. Ja, man kann es einfach so sagen, dass das E3DC-Gerät ja nicht nur ein Batteriespeicher ist, sondern viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, ein Energiemanagementsystem, das auf eine Art intelligent agieren kann und somit gezielt Überschuss von der PV-Anlage nutzen kann, beispielsweise wie hier, um mittels dem Heizstab das Wasser im Pufferspeicher warm zu machen, sodass die Wärmepumpe abends oder nachts, wenn kein PV-Strom da ist, gar nicht erst anspringen muss. Nicht nur der Heizstab verwendet überschüssige Sonnenenergie, um den Pufferspeicher stärker aufzuheizen. Das Hauskraftwerk lässt auch die Wärmepumpe zusätzlich laufen, um Eigenenergie zu nutzen. Das Hauskraftwerk, so weiß Sonnenplan-Chef Peter Burkhardt, leistet für die Energieeffizienz und Eigenenergienutzung mit seiner Smart Grid-Ready-Schnittstelle unschätzbare Dienste. Aber ist die Verbindung zu anderen Geräten aufwendig oder schafft man sich damit nur komplizierte Probleme? Also kompliziert ist das nicht. Man muss ein Kabel zwischen SG-Ready-Schnittstelle und Wärmepumpe verlegen und dann muss man in der Wärmepumpe je nach Anbieter einen eigenen Heizkreis programmieren und muss da gewisse Werte einstellen. Aufwendig ist es nicht, sagen wir mal vielleicht mit Kabel legen eine Stunde oder so. Es ist halt was, man muss sich darum kümmern und muss halt die Werte dann ganz bewusst einstellen, dass man auch ein gutes Ergebnis erhält. Bei 100% Netzstrombezug entstehen bei einem Verbrauch von 6.500 Kilowattstunden und 40 Cent pro kWh 2.600 Euro Kosten. Das sind pro Monat 220 Euro. Dagegen die Kosten der Eigenenergieversorgung. PV und Stromspeicher kosteten 36.000 Euro. Der Kredit wird über 20 Jahre mit 180 Euro Kapitalkosten abbezahlt. Dazu kommt der verbleibende Netzbezug von 1.840 Kilowattstunden. Das macht 736 Euro pro Jahr oder 61 Euro im Monat. Dagegen gesetzt die Einnahmen aus der Einspeisung vom Überschussstrom. 1.338 Euro pro Jahr oder umgerechnet 111 Euro im Monat. Statt 220 Euro im Monat verbleiben noch 130 Euro inklusive Abzahlung der ganzen Anlage. Damit ist das Thema Energiekosten für Familie Theiß erledigt. Ne, also für uns sind die Energiekosten eigentlich kein Thema, weil wir ja im Prinzip nur 15%, zwischen 15 und 20% von dem Strom, den wir für alles brauchen bei uns, ja nicht nur halt die Nutzung im Haus, sondern auch die Heizung zukaufen müssen. Den Rest produzieren wir selbst. Von dem her ist jetzt die aktuelle Diskussion für uns eigentlich wenig relevant. Und wir können sagen, ja, da habt ihr Pech gehabt, wir vielleicht Glück in dem Fall. Einmal 36.000 Euro investiert. Und seitdem hat man die Energie für Strom und Wärme for free und verdient sogar noch Geld damit. Wie schon aufgeführt, für 736 Euro kauft Familie Theiß noch Netzstrom ein. Für die Einspeisung von Überschussstrom erzielt man dagegen 1.338 Euro pro Jahr. Damit bleiben 602 Euro pro Jahr übrig oder 50 Euro im Monat. Energiekostenfreiheit plus 50 Euro Guthaben pro Monat. So läuft es bei Familie Theiß. Also das, was man hier in diesem Haus sieht, ist definitiv übertragbar auf andere Neubauprojekte und auch generell auf Bauprojekte, natürlich Bestand und Neubau. Das kann jeder, der eine Immobilie hat oder beabsichtigt zu bauen, genau so umsetzen und damit energiekostenfrei leben und die Angst vor Energiepreiserhöhungen der Geschichte angehören lassen. Also dieses Haus, das sind für mich die Low Hanging Fruits. Bei Altbauten geht das, bei Neubauten, bei relativ modernen Bauten ist das natürlich eine ganz, ganz simple Geschichte. Da lässt sich alles verstromen. Familie Theiß hat das gemacht. Da sind die Energieverbräuche geringer. Da hat man schon so ein bisschen Dämmung. Da hat man gute Fenster. Also wenn Sie aus dem Gas raus wollen und Sie ein einigermaßen modernes Haus haben. Peter, ist das das Gebot der Stunde? Low Hanging Fruits ernten. Auf jeden Fall. Ich meine, Neubau hat halt den Riesenvorteil, dass er, weil er neu ist und weil es da Dämmstandards gibt, relativ wenig Energie braucht. Und insofern ist es beim Neubau eigentlich relativ leicht, sehr, sehr hohe Autarkiequoten zu bekommen. Wir sehen ja hier in der Grafik, dass man im Jahr 2022 75 Prozent Gesamtautarkie hat. Und das ist ja unglaublich hoch. Ich meine, früher, wo man über Solathermie gesprochen hat, wenn ich da, also bei einer normalen Solaranlage, da rede ich über 10 Prozent, 20 Prozent Autarkie. Und hier haben wir mit einer relativ normalen Heizungsanlage haben wir 75 Prozent Autarkie. Und das ist halt beim Neubau relativ einfach machbar. Und man sieht an der Grafik auch schön 2021, das war ein harter, harter Winter. Es war richtig kalt, es war richtig blöd und da haben wir ein bisschen mehr Verbrauch. Also 2022 sind es 820 Kilowattstunden Verbrauch weniger und wir haben sogar mehr Solarproduktion. Aber das Coole ist, Peter hat gerade von der 75 Prozentigen Autarkie geschwärmt. Aber im harten, doofen Winter und im nicht so guten Solarjahr 2021 ist die Autarkie auch bei 72 Prozent. Absolut. Und das liegt halt daran, weil bei der Sonneneinstrahlung ist der Unterschied zwischen gut und nicht so gut gar nicht so hoch. Da habe ich halt mal 10 Prozent mehr oder weniger Sonne. Das ist im Endeffekt nicht so viel. Und im Ergebnis habe ich dann einmal 72 Prozent Autarkie und einmal 75. Das heißt, die Schwankung der Sonneneinstrahlung, das ist eigentlich nicht wirklich relevant. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wir haben eine politische Diskussion, soll die Gastherme, soll die Ölheizung ab 2024 verboten werden? Und wenn Sie mal so ein bisschen durch die Medien blättern, auch von ganz bestimmten Verlagen, die da Kampagnen fahren und die sagen, das wird verboten, das geht alles gar nicht mehr. Also an diesen Zahlen, gerade beim Neubau, also ist es völlig absurd, gegen einen Verbrauch der Gastherme zu sein. Also wenn ich einen Neubau habe, den ich jetzt noch mache, jetzt noch zu sagen, ich mache jetzt noch schnell eine Gastherme und ich mache jetzt noch schnell eine Ölheizung rein. Herr Moinara, verzeihen Sie mir das, aber das finde ich dann irgendwann langsam wirklich idiotisch. Tja, absolut. Also die haben es auch nicht verstanden. Und sicherlich, man kann auch nicht allen Menschen helfen und vielleicht muss man auch nicht mehr jeden bekehren. Das muss halt am Ende dann jeder für sich selbst wissen. Aber ich bin auch voll und ganz ihrer Meinung, gerade an den Beispielen. Ich glaube, wir müssen auch immer selbst uns, wir haben jetzt zwischen 75 Prozent und 72 und verwenden dann eben das Wort gut oder nicht so gut. Also für mich ist beides derart abgefahren. Also von nicht so gut sind wir noch ganz weit weg. Und wenn es nur 65 wären, 65 Prozent Unabhängigkeit, weil das sagt es ja aus, ich bin unabhängig, ist ja mega. Und natürlich wird auch nicht jeder dieses Geld haben, aber den Willen dazu, sich unabhängig zu machen, sich genau von dem, unter dem wir heute leiden, nämlich durch diese Energiepreise, weil es ja nur aus einer Abhängigkeit kommt, sich zu befreien, zu lösen, dass man wieder die Zeit hat für die wirklich schönen Dinge des Lebens. Also sollte eigentlich jedem Menschen Motivation genug sein, das anzugehen. So, jetzt nochmal kurz zu dem Vorurteil, dass man sagt, wir haben ja den Winter, da ist das mit der Wärmepumpe ganz blöd und es klappt alles gar nicht. Dann nutzt man die Eigenenergieproduktion nicht und mit der Wärmepumpe und so, das geht gar nicht alles richtig. Wir zeigen Ihnen jetzt zwei Grafiken, da können wir beweisen, anhand des Beispiels von Familie Theis, wie gut der Wärmepumpenstrombedarf und die Autarkie eines Hauses funktioniert, Peter. Absolut. Und hier, das ist die erste Grafik, die zeigt, wie jetzt die Wärmepumpenautarkie und die Haushaltsstromautarkie jeweils in den Monaten ist und man sieht von April bis September oder fast bis Oktober nahezu 100 Prozent Autarkie und im Januar sieht man, dass Haushaltsstrom und Wärmepumpe 32 Prozent Autarkie hat und im Februar ist beides schon bei 85 Prozent. Und das ist natürlich fast so, dass man es nicht glauben kann, aber es gibt ein kleines Geheimnis bei Familie Theis und das ist nämlich ein Südpultdach, wo nämlich die ganze Anlage, die ganze PV-Anlage drauf ist, 15 kWp und das heißt, in dem Moment, wo ein Gramm Sonne scheint, haben die auch im Winter volle Leistung, speichern in einem Batteriespeicher und im Heizungspufferspeicher und das kommt dann so raus, dass diese Autarkiewerte rauskommen. So, und das hier ist wahrscheinlich die Lieblingsgrafik von Herrn Moldenhauer in dieser Sendung, denn hier zeigt wirklich, zeigt es sich perfekt, wie die Solarstromproduktion absolut gut mit der Wärmepumpe korreliert. Peter? Absolut. Ich meine, man sieht quasi wieder im April bis Oktober, dass die beiden Kurven, das eine ist der Verbrauch der Wärmepumpe, die weiter oben ist, und das andere ist die Solarstromproduktion, die quasi für die Wärmepumpe benutzt wird, da sieht man, dass von April bis Oktober die nahezu identisch sind, deshalb auch wieder die 100% Autarkie und man sieht auch im Februar, dass die hellblaue Kurve nur ganz wenig unter der anderen Kurve ist, also auch wieder viel, viel Strom selbst produziert und nur im Januar sieht man eine kleine Lücke, von daher ist im Januar und im November und im Dezember die Autarkie unter 50%, in allen anderen Monaten über 50%. So, wenn ich noch kurz sage, und man sieht natürlich noch eins, also das ist der einzig wahre Hybrid ist, also wenn man so von Hybriden reden kann, dann ist, also besser gepaart geht nicht. Und wenn es natürlich auch jemand sagt, ja aber im Sommer, also wir brauchen auch im Sommer Warmwasser zum Duschen und ganz wichtig, die Wärmepumpe ist der einzige Wärmeerzeuger, der auch kühlen kann. Ja, das geht nicht mit einem klassischen Heizkörper, da brauche ich entweder spezielle Heizkörper oder eben eine Flächenheizung an Wand, Boden oder Decke, aber wann muss ich denn kühlen, wenn die Sonne scheint? Und wann habe ich Photovoltaikstrom? Wenn die Sonne scheint. Also das ist ja ein Benefit, also ist ja fast für Lau. Also das ist der Hybrid der Zukunft und das muss sich viel stärker und durchsetzen. Und ja, wir wissen es auch von der Industrie, deswegen haben wir da ja auch eigene Programme, wie wir mit der Herstellkosten runterkommen, weil am Ende, klar muss es sich der Verbraucher leistern können. Aber das wird sich nicht aufhalten lassen. Das ist die Zukunft. Ist das hier bei Familie teils ein Spezialfall oder ist das vergleichbar? Ein ganz normales Haus, also Neubau KfW 55, da gibt es ja mittlerweile viel, viel bessere Energiestandards. Also insofern ist es überhaupt kein Spezialfall, es ist was ganz Normales. Wie gesagt, KfW 55 ist noch nicht mal das Beste. Was ganz gut ist, ist hier dieses Südpultdach. Ja, aber ich sage mal so, das ist auch wieder ein Musterbeispiel, wo ich gut auf andere Beispiele übertragen kann. Letztes Kapitel in der Sendung, wenn Sie das in irgendeiner Form überzeugend finden, was wir Ihnen jetzt gerade versuchen zu vermitteln, ist die Frage, wie gehen Sie denn jetzt selber an die Thematik ran? Und da haben wir natürlich das Problem, man muss Fachkräfte finden, die einem das erstmal konzipieren und es dann auch realisieren. Und sie sind natürlich völlig abhängig davon, was wird Ihnen eigentlich angeboten zur Realisierung. Und da haben wir, Peter, wiederum das Problem, dass viele eben so ihre eigene Kurse fahren, ihre eigene Stiefel haben und sagen, wir machen das irgendwie so. Wie kann ich denn als Verbraucher und Verbraucherinnen mich zielgerichtet auf diesen Kurs Richtung Wärmepumpen, Eigenenergieproduktion und Nutzung bewegen, wenn ich das, was wir jetzt die ganze Zeit hier erzählen, umsetzen will? Also es ist ähnlich wie beim Heiraten. Ich brauche den richtigen Partner. Und den finde ich nicht, wenn ich irgendwo durch die Welt laufe und Heizungssanitärmeier dann mal klingel. Und da muss es nicht unbedingt sein, dass das der richtige Partner ist. Mein Tipp ist, ich muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Überall gibt es ja Wärmepumpen. Und da muss ich einfach mal vor Ort fragen, pass mal auf, wer hat denn euch die Wärmepumpe eingebaut, hat es geklappt und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss Fachleute finden, die auf dieses Thema spezialisiert sind und die das auch wollen. Also entweder mal im Internet schauen, mal gucken, wer hat Referenzen oder einfach mal bei mir durch die Nachbarschaft schauen. Und wenn ich ein Bestandshaus sehe mit einer Wärmepumpe, dann einfach mal klingeln und mal nachfragen. Und wenn es ja dort gut geklappt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Partner ist, wo das will und wo sich auskennt und wo dahinter steht, ja relativ groß. Und manchmal muss ich einfach auf das bestehen, was ich haben will. Ja, das sowieso. Das ist auch wie beim Heiraten. Da kann ich bei ganz vielen Sachen nicht bestehen, die ich will. Das ist doch nicht der Ideal. Das ist schlecht, das bleibt mir in dem Fall, Peter. Nee, klar. Ich muss ja wissen, was ich will. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich ja ein Fähnchen im Wind. Und wenn der Wind dann aus der einen Richtung kommt, ist es so. Wenn er aus der anderen Richtung kommt, ist es so. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich will. Und dazu brauche ich den richtigen Partner. Klar, ich kann ja nicht erwarten, dass die Welt zufällig den richtigen Partner bei mir vorbeischickt, ohne dass ich selbst was dafür tue. Herr Moldenhauer, es ist mir noch nicht gelungen, Sie bisher in der Sendung zu ärgern. Ich probiere das jetzt nochmal. Herr Moldenhauer, in meinen Kinofilm-Vorführungen sagen die Leute, ja, Herr Ferenzki, die Wärmepumpen sind ja wunderbar, aber wir kriegen keine. Wann kann ich denn eine Oxnab-Wärmepumpe bekommen? Ja, das ist schlecht. Jetzt war letzte Woche gerade die ISH. Ich habe nämlich noch für die Messe die Produktionskalender dabei. Ja, jetzt müsste ich die Frage umdrehen. Welche Heizleistung braucht denn Ihr Gebäude? Also ich könnte im Bereich von bis 12 kW Luft-Wasser-Wärmepumpen, von Mai bis Dezember noch 500 Stück. R18, einsetzbar bis 14 Kilowatt Heizleistung. Kann ich Ihnen dieses Jahr noch 134. Die brauche ich gar nicht. 23 kW kann ich Ihnen im Mai. 20 Stück können Sie haben. R41 ist bis 41 kW, war die Type, die wir vorhin im Film hatten. 134 können Sie dieses Jahr noch kaufen. Also ich würde den Ball zurückschwerfen und fragen, wann wir denn loslegen. Woran liegt das denn dann, wenn tatsächlich Wärmepumpen lieferbar sind? Es gibt so Latüre, die erzählen, oh 2024 mit Oxnab geht gar nichts mehr. Mit Oxnab geht gar nichts mehr nicht, weil ich würde sagen, die Hälfte hat gar nicht gefragt. Also da sind wir genau wieder diesen medialen Unterwerfungen gehört, weitererzählt am Stammtisch. Also ich sage mal für uns gesprochen, da wir ja ein reiner Wärmepumpenhersteller sind und die nichts anderes machen. Haben wir ja schon immer. Als der Chef oder der Inhaber des Unternehmens schon vor drei Jahren gesagt hat, wir wollen wachsen, geht dieses Wachstum nur mit mehr Produzieren und mehr Verkaufen. Also jeden Euro, den wir investieren in Kapazitäten, war für die Wärmepumpe, weil wir natürlich kein anderes Standbein haben. Wir mussten uns auch innerhalb des Unternehmens eben da nicht zanken. Und deswegen ist das, glaube ich, bei den Herstellern, das ist gar nicht so das Problem. Natürlich gibt es immer mal Typen, wo so die meisten brauchen, wo die Lieferzeit vielleicht auch sechs Monate ist, wegen meiner hin bis neun. Und natürlich gibt es einzelne, wo vielleicht die Wärmepumpe aber eher in der Vergangenheit eine unterbedeutende, nebengeordnete Rolle gespielt hat, die dann von anderthalb Jahren erzählen. Aber wenn man sich auch hier damit ein bisschen beschäftigt, so ähnlich wie mit dem Handwerk, mit dem Fachhandwerker, ist es alles nicht so, oder wie sagt man so schön, es wird nicht alles so heiß gegessen wie gekocht. Also ist das tatsächlich teilweise eine medial hochgekochte Geschichte mit den Engpässen? Ja, sowieso. Das ist ja wie, wenn wir ganz am Anfang gehen. Wärmepumpe nur mit Neubau. Da hast du ihn überzeugt, nee, geht doch Altbau. Ja klar, aber Altbau mit Fußbodenheizung. Dann hast du drei Referenzzeugen genannt, die einen Heizkörper haben. Dann kommt an, aber ich hab ein zu größeres Haus. Dann sagst du, nee, guck mal, was ich für ein großes Haus, das Schloss. Und am Ende ist es wieder dann der Strom. Den in Wahrheit, wenn wir ihn abschalten, geht gar nichts. Dann hätten wir uns heute auch nicht treffen können, weil nicht mal Licht geht. Das Telefon wäre schon seit Stunden tot. Also ich wäre schon den sozialen Tod gestorben. Oder zumindest meine Tochter, weil nicht erreichbar. Also das ist alles, keine Ahnung, ob das eine riesengroße Verschwörung ist, ich weiß es nicht. Aber die Wärmepumpe gibt es schon immer. Und sie ist und wird das Heizsystem von heute und der Zukunft sein. Was es in 50 Jahren gibt, weiß ich auch nicht. Aber für jetzt, und das ist das Gute, ist wahrscheinlich auch der allerletzte drauf gekommen. Also nehmen wir Politik. Vor drei Jahren konnten die das Wort Wärmepumpe nicht mal aussprechen. Jetzt nehmen sie es ja sogar selbst in den Mund. Und mit der Wärmepumpe wird es so sein wie mit dem Kühlen. Also solange wie der Mensch frische Lebensmittel essen will, wird er sie kühlen müssen. Und solange wird es den Kühlschrank geben. Und genau so lange wird es auch die Wärmepumpe geben. Das ist einfach Fakt. Es wird immer darüber diskutiert, wie lässt sich Wärmepumpenproduktion ausbauen. Es gibt einige Wärmepumpenhersteller, die ich persönlich noch kenne, die sagen, wir können unsere Produktion gar nicht so ausbauen. Und ist so eine Produktion für sie skalierbar? Ja, auf jeden Fall. Es kommt eher in den anderen. Es wird eher für uns eine andere Schwierigkeit geben. Weil also die Herstellerseite, wenn die sagen, wir erhöhen die Kapazitäten und was zum Beispiel die Regierung vorgibt, 500.000 Stück, das ist mehr wie realistisch. Also ich habe ja gerade erzählt von der Messe der ISH in Frankfurt. Also das ist mehr wie darstellbar. Da wird es eher für die Industrie sein. Das ist so wie früher, wie der zu einem beinharten Wettbewerb kommt. Weil alle die Kapazitäten ausbauen. Und dann ist es wie bei uns. Das ist ja eine automatisierte Produktion. Also das ist ja auf einer Linie. Und wenn du so eine Linie stoppst, produziert das Unternehmen 26.000 Euro Schaden in einer Stunde. Also da ist dann eher dafür zu sorgen, wenn die gebaut sind, dass sie auch installiert werden. Und wie ich auch von der Messe da mitnehmen kann, weil die ja da auch gerne, auch über die Medien, Fachkräftemangel. Das ist eher so, wir haben einen Mangel an Peter Burkatz. Die sich eben zu einer Zeit damit schon beschäftigt haben, wo die Hälfte ihnen dafür auch belächelt hat. Und diese Nachrücker, und die nehmen wir auf, wir kümmern ja um sie. Da gibt es ja Schulungsprogramme. Die sind alle da. Also mein Fazit von der Messe, dass von zehn Installateuren vielleicht drei Wärmepumpen machen. Und die anderen sieben nicht. Und diese anderen sieben fliegen quasi unter dem Radar. Sind natürlich auch unsicher. Sind natürlich auch nicht offensiv in der Ansprache beim Kunden. Natürlich, je nachdem, kommt ja in den seltensten Fällen der Chef. Da kommt ja in irgendein Geselle oder ein Meister. Und sie wissen, im Zweifel sage ich nein. Geht nicht. Passt nicht. Mach ich nicht. Aber wenn dann eben, genau wie auch von der Regierung, man einfach dann mal, sage ich, also manchmal ist ja besser auch ein Ende mit Schrecken. Ein Schrecken oder Ende. Und dann kommt eben zu so einem Verbot oder anteiligen Verbot. Ist das vielleicht auch ganz gut. Weil oft ist der Mensch ja so. Du musst manchmal die Veränderung einfach herbeiführen. Dass der Mensch damit viel besser umgehen kann. Als wenn du sie immer nur ankündigst und androhst. Weil dann sucht immer von Natur aus das Gehirn einen Ausweg. Wie kann ich es nicht doch so beibehalten? Und dann könnten wir, glaube ich, viel mehr und viel schneller die Ziele erreichen, die wir dringend notwendig haben. Wozu eben die Wärmepumpe ganz wichtigen Beitrag. Weil, wie sagt mein Chef immer, ohne Energiewende wird es keine Klimawende geben. Und ohne Wärmepumpe gibt es eben doch keine Wärmewende. Die ist ein ganz fester Bestandteil. Ohne die ist es nicht schaffbar. Die Liste mit den Lieferkapazitäten, die habe ich jetzt mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, war jetzt trotzdem eine schlechte Idee, die hier vorzutragen. Weil während sie vom Blatt abgelesen haben, haben sie gar nicht mitgekriegt, wie gierig Peter Burkhardt schon rübergeguckt hat zu Ihnen die ganze Zeit. Und der wird da morgen schon den Strohhalm ansetzen an ihre Liste und so was absaugen. Peter, heißt das, wir haben vielleicht gar kein Problem bei den Produkten, sondern wir haben Installationsprobleme, Installationsmangel? Das sehe ich genauso. Also wenn der Nikos sagt, von der Messe ist eine Erfahrung, dass 70 Prozent das Thema noch nicht so angegangen sind oder im Altbau noch nicht angegangen sind. Im Neubau werden mehr Leute mit Wärmepumpen Kontakt schon haben. Dann denke ich auch, dass da noch ein riesen Aufholbedarf notwendig ist. Und ich meine, wenn wir von einer 70-prozentigen Gruppe sprechen, die etwas noch nicht macht, dann ist das einfach ein großer Klotz, wo wir daran arbeiten müssen, dass es da vorwärts geht. Das heißt, wir müssen die qualifizieren zu sagen, Leute, schaut euch mal die Technologie an, dass ihr die einbauen könnt. Ich meine, wir haben ja jetzt, wenn die Regierung das macht, das nächste Jahr die ganze Installationskapazität derjenigen frei, die vorher Gasthermen in die Häuser reingeknüppelt haben. Manchmal muss man da auch nachhelfen. Also zum Beispiel auch die ganze Thematik, wenn man nur im letzten Jahr nimmt, also wie viel zig hunderttausende Gasgeräte installiert werden und ja, auch 250.000 Wärmepumpen. Das Jahr noch davor wurden 900.000 Gasgeräte. Also hier wäre auch zum Beispiel bei sämtlichen Sachen, Windkraft, PV-Flächen, Wärmepumpen, sei es auch nur für eine Förderung, da wird entweder alles begrenzt oder überwacht und genehmigt. Und da könnte man einfach bei Gasgeräte einfach mal sagen, also nicht nein, sondern für das kommende Jahr gibt es 500.000 Stück. Und wenn die 500.000 Stück, heißt ja nicht nein, sondern nur ein Jahr später ist dann die 500.000 und einste. Und so wären auch Kapazitäten frei, gerade im Fachkräftemangelmarkt, weil das wenigste, was das Unternehmen tun wird, Urlaub. Also und somit, wenn denn von 625.000, 500.000, haben wir quasi 125.000 zusätzliche Kapazitäten freigespielt, die wieder in genau Erneuerbare gesteckt werden könnten. Das ist eine Kategorie, die wir tatsächlich dann zur Verfügung haben. Insofern können wir die Bundesregierung nur auffordern und unterstützen, zu sagen, mach das und wir ändern das Ganze, dass mehr Wärmepumpen installiert werden können. Wir haben die ganze Zeit gesagt, Ochsner, 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 Ochsner. Ich brauche mal kurz für Herrn Moldenhauer Ohrstöpsel. Sag mal, Peter, an Ochsner sind wir beim VEG und ich eigentlich durch dich rangekommen, weil du überall diese Ochsner-Wärmepumpen einbaust. Das ist ja eine Ösi-Wärmepumpe, das kommt ja von denen. Warum baust denn du Ochsner ein? Weil auch wir Wärmepumpen in Bestandshäusern damit gestartet sind und weil wir einfach einen Partner gesucht haben, wo auf das Thema Wärmepumpen im Bestand spezialisiert ist. Und da sind wir einfach auf Ochsner gestoßen, die einfach seit den 70er Jahren Wärmepumpen für Bestandshäuser bauen. Und da war mein Argument, wenn die das schon seit, keine Ahnung, und jetzt 50 Jahre machen, dann werden sie es wohl können. Und genau das ist der Punkt, warum wir das machen. Du hast mir mal eine andere Geschichte erzählt. Ich stand bei dir schon viele Jahre her, stand ich bei dir im Soldateursbetrieb und da hatte er so Prospektdinger und überall war Ochsner, 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 Ochsner. Ich kannte Ochsner noch gar nicht. Und ich sage, was ist denn Ochsner? Das ist so eine ganz alte österreichische Firma und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, aber warum baust du denn eine österreichische Wärmepumpe ein? Und da hast du gesagt, das kann ich dir sagen, weil der Service gut ist. Und ist das wirklich ein Argument? Da hast du gesagt, die Leute können ja auch diesen Service bekommen. Das ist ein mega Argument für uns. Also die Firma Ochsner ist ein Mittelständler. Und es ist einfach so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit einem Mittelständler auf Augenhöhe als Fachfirma sprechen können. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Konzern und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Konzern nicht auf Augenhöhe sprechen kann, dann da ist ein Problem an einer Maschine. Dann kommt heute Kundendienstmonteur A, der macht irgendwas, keiner weiß was. Dann geht was nicht, Kunde ruft an, man sagt dem Konzern nochmal Bescheid. Und dann kommt 14 Tage später Kundendienstmonteur B, der weiß gar nicht, was A gemacht hat. Fängt nochmal von vorne an. Und da haben wir festgestellt, dass es dann nicht möglich ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Beim Mittelständler ist das möglich. Da gibt es auch mal Probleme, ganz normal. Aber wenn da was ist, dann können wir jemanden anrufen und wir kriegen, egal was ist, kriegen wir die Dinge geklärt. Und diese Sicherheit ist mir extrem wichtig. Und von daher sind wir sehr zufrieden und setzen gemeinsam die Wärmewende um. Und das klappt einfach gut. Sie können die Ohrstöpsel wieder rausnehmen. Ich habe mit Peter gerade über das Wetter gesprochen. Ein ganz wichtiger Aspekt zum Schluss, Peter hat ihn gerade schon angesprochen, ist der Service-Aspekt. Wir propagieren ja hier immer bei Leben mit der Energiewende TV, beim VEG und sonst überall Produkte made in Germany oder Produkte made in Europe. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und Peter hat es eben gerade schon gesagt, sicherlich werden wir große Mengen an Stromspeicher, große Mengen an Wärmepumpen aus dem asiatischen Bereich auch bekommen, die vielleicht auch ein paar Euro billiger sind. Aber, Peter hat es gesagt, wir brauchen ja auch den ganzen Service. Der muss ja auch irgendwie geleistet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss ich sagen, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit einem deutschen oder in dem Fall österreichischen Unternehmen, was bei uns stark vertreten ist, hat man noch eine Chance, diesen Service zu bekommen. Können Sie denn Ihre Service-Kapazitäten, wenn Sie Ihre Produktionskapazitäten erweitert haben, auch die Service-Kapazitäten erweitern? Ja, also ich habe vorhin doch zugehört. Sollten Sie nicht. Also es war, zum Beispiel, das ist mit ein Grund, warum es die Firma Ochsner heute auch noch gibt. Zum Beispiel bei der ersten Ölkrise, wo ja auch schon mal alles auf Wärmepumpe ging. Also das ist so klassisch. Ich hatte vorhin das mit dem Holz, 1800 Wärmepumpe. Dann gab es die Ölkrise, 80er, Anfang der 80er, auch Wärmepumpe. Und ganz viele sind ja danach wieder verschwunden. Und es lag hauptsächlich eben da dran, auch weil es keinen Service gab. Weil wenn es denn daheim eine Problematik vorhanden war, hat eben ein nicht wissender Installateur und ein noch wenig wissender Endkunde miteinander gesprochen. Aber seitens des Herstellers war keiner da und hat mal gesagt, naja, dann ziehe ich jetzt halt einen Stecker wieder. Wir hatten zu der Zeit den Stromwechskundendienst und konnten auf genau die gleichen Dinge wie heute eben hinweisen. Weiß ich, Rohrquerschnitt zu klein, Umweltspumpe zu schwach. Also das ist ja, Wärmepumpe ist Physik, Mathematik in 3D zum Anfassen. Und da muss man auch nicht das Rad immer neu erfinden. Also wie vor 100 Jahren, so wird es auch in 100 Jahren sein. Natürlich werden Komponenten besser. Es wird neue Kältemittel geben mit besseren Eigen oder anderen Eigenschaften. Aber wie die Thermodynamik tut, wie der Kreisprozess funktioniert, wird in 100 Jahren immer noch so sein wie heute. Und der Service ist zum Beispiel bei uns eine ganz wichtige Säule, weil über den Service, weil machen wir uns ja nichts vor, der Service hat ja den Kontakt mit den Kunden. Ich habe ja am wenigsten. Und der ist auch im ganzen Nachgang. Und da brauchst du eben über diese Partnerschaft und Service. Da sind auch die Partner eben wieder wichtig, weil die die Anlaufstellen kennen. Weil natürlich machen auch wir Fehler, weil wir sind auch nur Menschen. Aber wir haben wenigstens von der Erkenntnis, von dem Mindset so, dass wir uns, oder anders ausgedrückt, weil das ist ein Thema in der Menschheit. Wir sind so, also wir könnten so viel lernen aus Fehlern, aber warum tut es der Mensch nicht? Weil er die ganze Zeit beschäftigt ist mit der Leugnung dieser. Und wir arbeiten täglich daran, auf der gesamten Linie das zu verbessern. Und natürlich gibt es auch Dinge, die bei uns schief gehen. Natürlich gibt es auch bei uns, gerade bei diesem Markthochlauf, das der eine oder andere nicht erreicht, bei uns so weiter. Das ist völlig normal, werden wir auch nie zu 100 Prozent lösen können. Aber aufgrund Mittelstand, fünfte Generation Inhaber geführt. Das sind geborene Herr Ochsner, der Inhaber. Das heißt, stetig verbessern den Prozess, so damit eben auch der Markt sagt, ich will dieses Produkt. Weil natürlich der Service kostet Geld. Also, dass ich einen Preis habe, wie ein Produkt aus China, wird niemals sein, weil jeder von uns Deutsche, weil die sehen doch, wenn sie draußen mehr Gehalt, Inflation, noch mehr Geld, das nächste Thema, noch mehr Geld, ist ja irgendwo da drin verankert. Und dann weder musst du dann tatsächlich die Industrieflucht beginnen und im Ausland produzieren, was ja auch keiner will, weil die ganze Wertschöpfungskette, was ist denn damit, ist dahin. Oder eben das hier halten und dann im besten Fall natürlich den Genuss aus allem. Also hohe Qualität, lange Haltbarkeit, viel Einsparung, fähigen Ansprechpartner, gutes Produkt, also eben diese Kette. Ich habe gerade eine Wärmepumpe gedreht, es war nicht jetzt von Ihnen, auch irgendein deutscher Hersteller, ich hatte von dem auch noch nicht gehört, ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Die läuft seit 20 Jahren. Wie lange hält eine Wärmepumpe, Peter? Also eine Wärmepumpe ist für mich eine ganz normale Heizung, die ganz normal wie jede andere Heizung auch läuft. Und 20 Jahre ist ein guter Wert. Und ich sage mal so, in der Praxis gibt es natürlich auch Beispiele, wo Wärmepumpen auch viel, viel länger laufen. Ich glaube, ihr habt mal eine Challenge gemacht, wo die älteste Warmwasserwärmepumpe gesucht wurde und die war irgendwie 35 Jahre oder 40 oder so. Ja, da gibt es immer so Anekdoten, also Peter meinte, wir haben mal gesucht, die älteste Warmwasserwärmepumpe und die aus Deutschland, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Und zwar, das ist eine gewesen, die eben zu dieser Ölkrise wurde die eingebaut. Und nachdem die Krise vorbei war, hat der Besitzer die an die Bottscheinkante gefahren. Der Nachbar ist dann gekommen und hat gesagt, ob die kaputt ist, nein, wäre sie nicht und hat gefragt, ob er die dann haben kann. Hat er gesagt, die kannst du haben. Als wir jetzt diese Challenge gemacht haben, nach der gesucht, hat derjenige, wo sie an die Bottscheinkante gefahren hat, ist bei dem Klingeln gegangen und hat gesagt, du hast du die noch? Ja, ja, die ist im Keller. Und tu die noch, ja. Du, der Ochsen sucht gerade und da kriegst du eine neue geschenkt. Also wenn ich nur sagen kann, es war total schwer, den zu überzeugen, die neue zu nehmen und auf seine gute alte zu verzichten. Oder jetzt auf der Messe hatten wir auch jemanden, der, und so sieht man auch, wenn deine Heizung funktioniert, beschäftigst du dich auch nicht mit deinem Umfeld. Aber auf jeden Fall hat derjenige her mitbekommen, dass es jetzt Förderungen gibt für Wärmepumpen. Ich meine, die war ja vor drei Jahren fast doppelt so hoch. Aber der hatte Heizungswärmepumpe, Luftwasser, die seit 27 Jahren arbeitet, immer noch im Keller. Und er hat auch so eine Warmwasserwärmepumpe, daneben stehen, aus dem selben Baujahr, auch seit 27 Jahren dasselbe Gerät. Und ich habe vor einiger Zeit, den Link kann ich mal einstellen, in der Schweizenhaus gedreht. Das ist in den 70er Jahren gebaut worden oder Anfang der 80er. Und da ist die Wärmepumpe jetzt ausgetauscht worden. Und da bin ich auch hingegangen und habe gesagt, was haben sie vorher gehabt, hat er gesagt, auch eine Wärmepumpe. Und dass diese Technologie schon so lange existiert, das konnte ich da sozusagen sehen. Ich will noch ganz kurz einen Kommentar aus den Livestreams und aus den YouTube-Kommentaren von wegnehmen, weil wir jetzt insgesamt über Wärmepumpen, aber speziell über Oxnall gesprochen haben. Peter, bei den Livestreams schreiben Leute immer runter, weil wir ja deine Filme immer mit Oxnallabwärmepumpen gehabt haben, sagen die immer, ja Oxnall, super, ja, aber das ist ja der Mercedes, die ist ja viel zu teuer und so weiter und so fort. Und klar funktioniert die gut, aber der Mercedes fährt ja auch gut, ist eine Wärmepumpe made in Europe, made in Germany. Eine Oxnall-Wärmepumpe, wie viel teurer sind die denn als vergleichbare? Also ich sage mal so, von Oxnall gibt es ja auch zwei Baureihen. Es gibt eine Baureihe, die ist relativ, also relativ normal. Das ist so etwas, was auch vergleichbar ist und auch von den Kosten vergleichbar ist. Und dann gibt es einfach die Premium-Baureihe. Und der Unterschied ist einfach bei den günstigen Baureihen. Wird auf dem Weltmarkt, wird ein Klima-Außengerät gekauft. Die sehen dann alle ähnlich aus, so stehende Teile. Und dann wird so ein bisschen Wärmepumpe drumherum gebaut. Und bei den Premium-Geschichten ist es so, dass der Hersteller einfach eine komplette Wärmepumpe entwickelt. Und vielleicht ist es ähnlich wie bei Batteriespeichern, dass wenn du dann eine komplett entwickelte Wärmepumpe hast, dann ist es auch so, wenn ein Teil für 20 Cent kaputt ist, dann musst du die Wärmepumpe nicht wegschmeißen, weil die auch langfristig reparabel ist. Wenn du allerdings ein Bauteil auf dem Weltmarkt günstig kaufst und dort ist dann ein kleines Teil kaputt, dann kannst du dieses Bauteil wegwerfen. Also insofern ist die Frage, um welche Kosten geht es, geht es um die Gesamtkosten über die Laufzeit. Dann muss man natürlich berücksichtigen, dass die Reparierbarkeit einfach von den Premium-Geschichten viel besser ist. Und das macht dann langfristig den Kosten-Nachteil auch wieder wett. Also es ist nicht so ganz einfach, heißt das auf Deutsch. Das heißt pauschal zu sagen, Oxnard hat immer nur Premium-Wärmepumpe, kann man so nicht sagen. Es gibt zwei Linien. Einmal die Premium-Geschichte, einmal die normale. Wie viel das jetzt die Premium-Geschichte teurer ist, lass mich mal überlegen. Vielleicht 30, 40 Prozent. Wobei die Frage ist nicht unbedingt, oder das Thema ist nicht nur, dass die Wärmepumpe an sich teurer ist, sondern ein Großteil der Kosten entsteht auch bei der Hydraulik, wo ich hinten dran baue. Und dort ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt ein Kompaktgerät habe, wo einen kleinen Warmwasserspeicher hat und einen kleinen Pufferspeicher, oder ob ich eine Wärmepumpe habe und einen richtigen Pufferspeicher hinbaue und einen richtigen Warmwasserspeicher hinbaue. Das sind natürlich auch von der Kostensituation zwei Paar verschiedene Schuhe. Sollte ich einen Servicevertrag mit abschließen? Also es ist sehr zu empfehlen, dass man sich um seine Dinge kümmert. Und wenn jetzt ein Matthias Hölzel hingeht und es selbst so im Thema drin ist, dass er sagt, pass auf, wenn ich in Stuttgart bin, dann gucke ich da eh jeden Abend rein und habe das super im Blick. Wenn ich jemanden brauche, rufe ich den an, dann ist es ein Thema. Aber wenn ich jetzt ein Endkunde bin, wo ich sage, ich habe jetzt nicht da Lust, jeden Tag da reinzuschauen, dann ist es schon gut, dass man jemanden beauftragt, sich zu kümmern, der einmal im Jahr auch vorbeikommt und drüber schaut. Weil es kann immer mal sein, dass irgendwas Blödes ist, dass irgendeine Fehlfunktion ist, wo man ansonsten nicht mitkriegt. Und wenn ich halt einen Serviceauftrag habe und dann wird sich da regelmäßig darum gekümmert und das ist A für die Haltbarkeit gut und B auch für die Effizienz. Wenn die Anlage gefördert wird, übrigens Bestandteil der Pflicht. Echt? Ist das so? Ja, also eine geförderte Anlage, die im Nachgang sich selbst überlassen wird, gibt es nicht. Und es ist generell auch nicht clever, dass man gerade, wenn die Investitionen höher sind, dass das das Argument ist, im Nachgang nichts mehr zu tun, glaube ich nicht. Also man kauft ja auch kein teureres Auto, um dann, wenn die Serviceleuchte kommt, eben nicht in den Service zu gehen. Da macht man es ja auch. Muss man den Servicevertrag damit abschließen? Nein, das nicht. Aber man muss der Bundesregierung oder der BAFA gegenüber die Position aufführen, dass auf jeden Fall ein Jahr später, und sei es nur für eine Optimierung, die Heizungsanlage nochmal angesehen wird. Ja, interessant. Weil es ist ja so, wenn uns immer warm ist, ist noch nie einer auf die Idee gekommen, ob es nicht auch mit dem Grad weniger geht. Oft braucht man dann eben diesen persönlichen Kontakt, um zu sagen, na wie war es denn, ja war immer schön. Na war es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu warm? Ja, war es. Dass man ihm sagt, komm, lass uns mal die Heizkurve einen Grad zurücknehmen über die gesamte Jahresdauerlinie, weil ich habe ja von gesagt, ein Grad, 2,5 Prozent gespart. Wenn er aber sich selbst überlassen ist, dann weiß ja dieser Kunde nur, ja, es war warm. Weil klar, ist es kalt, ruft er eh an. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Aber wenn es schön war, wie mit dem Service, wenn mal was schiefläuft. Alle, die sich melden, haben ja eher ein Problem. Hat noch nie einer beim Kundendienst angerufen und hat gesagt, juhu, ich wollte ja mal sagen, wie cool das alles ist. Gibt es leider nicht. Wir sind ja in Wahrheit ein investigatives Enthüllungsmagazin. Wir haben ja gesagt, Oxnard ist eine österreichische Herstellerfirma. Sie sind ja gar kein Österreicher. Ja. Ich habe eine gute fränkische Freundin. Die würde sie knallhart als Fischkopf bezeichnen. Bin ich auch. Wo kommen Sie denn her? Usedom. Aus Usedom. Dachte ich mir schon. Und sind trotzdem Vertriebsleiter von allen Oxnard-Geräten. Meine Damen und Herren, jetzt zum Schluss verrate ich Ihnen, warum ich die Wärmepumpe so protegiere und warum ich mich dafür so einsetze und warum auch der Verband, energieerzeugende Gebäude, das so protegiert. Es hat einen ganz einfachen Grund. Und die Energie für die Wärmepumpe können Sie, können wir selber produzieren. Sie ist nicht fossil. Wir brauchen auch kein Ökogas produzieren oder irgendwas oder sonst woher. Diese Energie können wir selber produzieren. Diese Energie können Sie selber produzieren, herstellen, nutzen. Und das ist Klimaschutz. Und es geht bei allen Geschichten letztlich immer nur darum, dass wir Klimaschutz produzieren, weil das CO2 muss sozusagen rauskommen aus dem ganzen System. Und Herr Mollenhauer hat es auch schon gesagt. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass Sie das schon gebracht haben, weil Sie gesagt haben, keine Energiewende ohne Wärmewende. Keine Wärmewende ohne Wärmepumpe. Genau. Und das ist genau der Punkt. Wir können das nur machen, wenn wir tatsächlich die Wärme regenerativ in den Griff bekommen. Und das schaffen wir schlicht und ergreifend nur mit der Wärmepumpe. Da möchte ich noch ein Beispiel sagen. Also wir haben ja 1978 die ersten Wärmepumpen gebaut und verkauft. 1978 hat der Liter Öl fünf Pfennig gekostet. Also da gab es nur die Motivation, was für die Umwelt zu tun. Weil da ging es nicht um, was spare ich ein und so. Also es ist auch natürlich, das sind ganz tolle Dinge. Aber auch für den, der diese tollen Dinge erst später machen kann. Also bloß nicht bitte warten und aufschieben, weil das ist verschobener Klimaschutz. Weil die Wärmepumpe rechnet sich ab dem ersten Tag, von dem sie läuft. Und die Wärmepumpe ist für jeden etwas. Also jeder kann mit diesem Produkt sein Gebäude wärmen, weil niemand braucht eine 2000 Grad Flamme für 20 Grad Raumtemperatur und 50 Gradiges Badewasser. Ja, vielen Dank, Herr Moldenhauer. Vielen Dank, Peter Burkhardt, für die lange Information in dieser Sendung. Ich glaube, wir haben das ganz gut und erschöpfend behandelt. Besonders auch interessant, Wärmepumpen gibt es. Sie sind lieferbar. Sie können das bekommen. Und ich meine, nur so nebenbei gesagt, ich habe die Handynummer von Herrn Moldenhauer. Das war eine Sendung des Verband Energieerzeugender Gebäude. Schönen guten Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017